Freunde! Willkommen! Alex! Marvin! Willkommen! Willkommen im neuen Jahr! Frohes Neues! Frohes Neues! Also wir haben uns basically fast als erstes frohes Neues gehört. Boah, Digga, das ist was mit meinem Kopf abgeht. Was geht mit meinem Kopf ab? Der qualmt. Übertrieben. Freunde, frohes Neues! Willkommen zur ersten ShishaCast-Episode im Jahre... Excuse me, wir haben 2023! Digga, die Frau hat wirklich nur eine Millisekunde gewartet, bis sie das gepostet hat, ne? Ja, vor allem, es ist einfach zugestellt. Es ist nicht das gleiche Feeling wie das erste. Das erste war so ein bisschen... Das war halt im Kontext und das war zugestellt. Genau, das erste ist auf natürlichem Wege entstanden und zum Meme geworden und das zweite war dann so... Naja, ich kann's verstehen. Ich kann's verstehen. Hätten wir wahrscheinlich nicht anders gemacht. Muss man ehrlich sein, wenn du so ein Ding hast, musst du durchziehen. Speaking of durchziehen, wir ziehen auch ein schönes Köpfchen durch. Natürlich. Die erste grandiose Überleitung im ShishaCast-Jahr 2023. Ja, und damit auch herzlich willkommen zur Episode 401. Perfekt. Siri hat auch Bock. 401. Machen wir das jetzt, ja? Ich weiß nicht, was du meinst. Die letzte Folge war 399 und jetzt ist Folge 401. Obviously. Da. Aber speaking of Köpfchen durchziehen. Ja. Erstmal haben wir einen Sponsor für diese Folge. Das stimmt. Und ihr könnt es euch vielleicht bei unseren Setups schon denken. Und zwar ist Mose der heutige Sponsor, der die Überlebenskraft des ShishaCasts, das Gehalt des Producers des ShishaCasts für den Basti. Wir haben es ja schon ein paar Mal erzählt. Wir machen immer so viel Placement zum ShishaCast, damit wir auf Null rausgehen. Jetzt sind wir, glaube ich, gerade im Minus, ne? Ich glaube schon. Ich müsste genau nachgucken. Aber vom Feeling her sind wir auf jeden Fall im Minus. Ja, deswegen muss da auf jeden Fall mal wieder ein Placement her. Und da haben wir jemanden gefunden, der auch ein sehr nices Placement für uns am Start hat. Und zwar Mose. Es gibt zwei Codes bei Mose, die jetzt bis Ende Februar laufen. Das ist einmal der Code CASTBREASE. Bis Ende Februar? Ja. Krass. Ja, bis Ende Februar. 28. Februar. Ist ja kein Schaltjahr. Bis 28. Februar. Also vier Wochen, basically. Ja. Fünf. Fünf. CASTBREASE für 30 Euro Rabatt auf jedes Breeze-Set oder jede normale Breeze. Also ob ihr euch die Breeze einzeln zieht oder ihr das Einsteiger- oder Profi-Set von der Breeze holt. Ihr kriegt 30% Rabatt. Sehr, sehr nice. Und CASTNOAR für 70 Euro Rabatt. Da kriegt ihr die NOAR für 99 Euro, glaube ich. Ja, 99 Euro. Also unter 100 Euro. Normal kostet die 169,90. Genau. Und mit dem CASTNOAR-Code bekommt ihr 70 Euro Rabatt und dann kommt ihr bei 99 Euro raus. Und dann ist das schon ein geisteskranches Angebot. Wir haben eben drüber geredet, du hast die auch eine ganze Zeit lang nicht mehr geraucht. Ich hab die echt. Wie ist es jetzt so? Kann ich mal ziehen? Ja, kannst gerne mal ziehen. Ich hab die nämlich auch einige Tage nicht mehr geraucht, muss ich sagen. Ja, es ist super ungewohnt, weil es einfach nochmal ein bisschen anderes Rauchverhalten ist, muss ich sagen. So vor allem, weil ich ja von Mose, glaube ich, fast alle Pfeifen bis auf die Sphere in der kleinen Variante rauche. Also die Priest, obviously, in der kleinen Variante. Die Verity in der kleinen Variante. Hast Kiwi-Smoothie drin, ne? Ja. Geil. Ich hab keinen Kiwi-Smoothie mehr. Direkt hier den Kiwi-Smoothie gesnackt. Ich hab dir auch gesagt, ich tausche gerne lose Blarry. Ja, bin ich immer noch dabei. Ja, dann muss ich immer noch. Ich hab auf jeden Fall mehr Kiwi-Smoothie als Blarry. Und Blarry rauch ich im Moment mehr. Ja, krass. Dann können wir gerne einen Tausch angeben. Ich hab den Durchzug fast zu nah erwartet. Der ist offener, als ich dachte. Echt? Ja. Nee, also ich hatte schon im Kopf, dass die so offen ist. Ich find das mit dem Blow-Off halt mal wieder geil. Also das ist ja wirklich das Ding bei der Noir. So dieser unique Blow-Off. Find ich einfach nice. Also das natürlich, was mich daran an der Noir so ein bisschen stört, ist halt so die ausladende Base. Aber ich würde sagen, das ist einfach Geschmackssache. Weil viele feiern das ja auch. Ja, das ist so das Aushängeschild von der Pfeife, ne? Und auf jeden Fall ein Design, was keine andere Pfeife so hat. Und je nach Bowl-Kombination schon ein wildes Ding. Ja, und der Blow-Off ist halt immer noch cool, ne? Als er damals rauskam, war das revolutionär, kann man fast sagen. Ja, auf jeden Fall. Also das war eine Zeit, wo eigentlich alle Pfeifen einen coolen Blow-Off hatte. Und dann kam die Noir mit dem Blow-Off nach oben, nach unten. Das sieht schon geil aus. Ja, ich weiß vor allem noch, als du die Noir bekommen hast für das Video irgendwie ein paar Wochen vor Release und ich dann zugekommen bin, da war auch irgendwie ein bisschen gechillt, Pfeife geraucht. Und wir fanden den Blow-Off so geil, weil das so ein Ding war zu der Zeit. Ja. Also damals war es halt im Vergleich zu dem Rest wirklich geisteskrank. Geisteskrank, heute ist immer noch ein cooler Blow-Off. Ja, auf jeden Fall. Und für 99 Euro auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ja. Und auch bei der Breeze nochmal 30 Euro sparen, auch ein sehr neises Angriff. Ja, vor allem bei der Breeze, das soll auf die Anfänger-Sets, die ja eh schon ineinander rabattiert sind. Ja. Dann nochmal den Rabatt. Nochmal 30 Euro, das ist schon sehr, sehr gut. Ja, das ist schon wirklich geil. Genau. Deswegen, Freunde, Code, äh, Shisha-Cast wollte ich schon sagen, Code CastBreeze bei der Breeze oder CastNoir bei der Noir für entweder 30 oder sogar 30. 70 Euro Rabatt und bei der Breeze sogar auf alle Sets, die ja schon in sich rabattiert sind, weil ihr da halt den Set-Rabatt bekommt. Yes. Sehr, sehr nice. Kuss an Mose fürs Sponsoren. Vielen Dank. Und, äh, ja, Basti schreibt Mose auch nochmal Danke, ne? Die zahlen basically dein Gehalt. Damit wir beide nicht arm werden mit dem Shisha-Cast. Ja, wir haben ja schon, ne? Shisha-Cast ist halt für uns so eine Art Hobby. Also, hat natürlich schon irgendwo berufliche Aspekte, safe. Natürlich, aber im Endeffekt ist es eigentlich so ein Grund, dass wir beide uns zum Festtermin treffen können, ein bisschen labern und eine Pfeife rauchen. Wir haben gesagt, das sagen wir öffentlich nicht so, Alex. Wir haben gesagt, wir sagen allen unseren Freunden, das ist richtig harte Arbeit, so ein Podcast. Was? Ja, das ist, äh, sehr, sehr harte Arbeit. Ja, und... Darauf erstmal ein Zug. Gut, äh, wir haben uns noch was für heute überlegt. Und zwar, äh, sind wir ja in letzter Zeit so häufig auf dem Trip, ne, ihr kriegt's ja mit, äh, Covid, der Shisha-Cast, äh, oder der Shisha-Szene-Boom generell, ging ja geisteskrank alles durch die Decke, gerade muss ich das alles wieder ein bisschen neu einpendeln, ne? Und deswegen ist es ein bisschen ruhiger um neue Produkte. Wir wurden aber auch die letzten zwei Jahre wirklich geisteskrank verwöhnt. Oh ja. Überleg mal, da war fast kein Monat, wo nicht irgendeine neue Pfeife rauskam. Und da muss man ja auch mal sagen... Neuer Pfeife, neuer Kopf, ja, alles Mögliche. Alles Mögliche. Tausende HMDs, die rausgekommen sind, und, 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 und. War auf jeden Fall eine kranke Zeit. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger. Und da könnte man sich natürlich beschweren, dass man nicht so viele Sachen zum Reviewen hat. Auf der anderen Seite musst du das Positive sehen. Und ich sehe das als Chance, mal über Dinge zu reden, die seit längerem liegen geblieben sind, über die man aber auf jeden Fall reden sollte. Und da zählt für uns vor allem ein Thema dazu. Und zwar, was ist überhaupt das perfekte Shisha-Setup? Und da kann man schon mal vorwegnehmen, perfekt gibt's nicht. Sondern es gibt nur perfekt für einen selbst. Genau. Also es gibt kein universell bestes Setup, weil sonst wäre es ja auch langweilig, dass für die jeder das gleiche Setup brauchen. Es gibt ja auch kein bestes Auto. Weißt du, du willst vielleicht ein Pickup und ich vielleicht ein Sportauto. Oder umgekehrt. Es gibt nicht das beste Auto. Ist einfach so. Und genauso wenig gibt es das beste Shisha-Setup. Aber wie ihr für euch ein sehr gutes Shisha-Setup findet, was das ausmacht, da können wir heute ein bisschen drüber reden. Aber natürlich erstmal wie immer am Anfang die Frage, Alex, wie geht's dir denn? Mir geht's wunderbar. Wunderbar. Ich kann mich nicht beklagen, wie der Deutsche sagen würde. Auf den hab ich gewartet. Wie geht's dir? Ja. Na ja. Ja. Ich kann mich nicht beschweren. Richtig deutsch einfach. Nö. Alles gut. Ich kann mich wirklich nicht beschweren. Nein. Alles gut. Ich wollte schon wieder sagen, ich kann mich nicht beschweren. Nein. Es ist alles gut. Basically gut. Basically gut. Das ist jetzt auch ein Ding, ne? Ja. Basically ist basically jetzt ein Ding. Obviously. Ich hab mich letztens echt gefragt, ob ich mittlerweile zu viele Anglizismen benutze. Das Ding ist, dass ich relativ gerne Papa Platte gucke und ich glaub, deswegen fällt mir das gar nicht mehr so krass auf. Same. Same. Aber Papa Platte ist wirklich, also Kevin, ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie insane, wie krass sich da Deutsch und Englisch mischen kann. Ja, das stimmt. Also bei dem ist es schon wirklich heavy. Einfach halbe Folge auf Englisch. Okay, bevor das hier überhand nimmt. Marv, was hast du dir denn ausgesucht? Was rauchst du Schönes? Erzähl doch mal bitte. Also. Passend zu der von Mose gesponsorten Folge. Habe ich mir natürlich auch die Breeze 2 geschnappt. Habe das schwarze Sleeve drauf. Ich habe eben ein blaues Sleeve gesucht. Ich habe zwei blaue Mundstück-Sleeves. Mhm. Aber ich habe kein blaues Rauchssorien-Sleeve. Doch, das hast du. Ich weiß sogar, was steht. Warum hast du dir nichts gesagt, als ich eben gesagt habe, ich habe nur zwei blaue Mundstück-Sleeves? Ja, weil du Mundstück-Sleeves gesagt hast. Ja, aber ich habe ja das Rauchssorien-Sleeve gesucht. Ja, das muss ich ja nicht. Und mich hat das halt beschwert, dass ich... Nein, 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 komm mir jetzt nicht so. Doch. Ich habe gesagt, boah, ich habe zwei blaue Mundstück-Sleeves, aber wo ist das normale blaue? Ah, das zweite habe ich nicht gehört. Ach. Anyway, deshalb bei mir auf jeden Fall das schwarze Sleeve. Weißt du den Namen von der Bowl? Nee. Ich auch nicht. Dann werde ich den gleich noch raussuchen, während du über deinen Zeller redest, aber erst mal, um meins zu vollenden. Ich habe noch den Mose-Epos oben drauf. Da drauf habe ich den Onmo-HMD und als Tabak-Mix habe ich drinne... Team Orange. Da hast du Team Orange, Papai Diner. Uh, Dinner. Dinner. Dann hast du drinne... Genau, den Black Kiwi hast du noch drinne. Uh. Ja, das war's, glaube ich. Nice. Genau. Ja, und bei mir gibt es die Byron Noir zu sehen. Da drunter habe ich eine wunderschöne Triangle Bowl und zwar ist das die Hawfrost Down. Ist das einfach nur Hawfrost Down? Blue? Ja. Und, ähm, als Kopf ebenfalls ein Mose-Epos mit einem Onmo und ich habe drinne Kiwi-Smovie mit etwas, ähm, Elderberry-Shock, glaube ich. Und das war's, glaube ich, sogar bei mir schon. Ich habe noch irgendwas drin, aber da komme ich gerade nicht drauf. Hast du den Ball-Namen? Muss noch suchen. Okay. Genau, ansonsten... Hab ihn. Mose Exclusive Glass Arc Flow Blue. Hätte man wissen können. Hätte man wissen können. Arc, mhm. Flow sind diese... Wie soll man das sagen? Es sieht aus wie so eine Art Scherbendesign, könnte man fast sagen. Die Flows? Ja. Obviously. Äh, äh, und Blue. Bei mir. Ja, das stimmt. Ich muss sagen, ich weiß nicht, du hast ja jetzt die blaue Ball, weiß nicht, ob ich nicht eine schwarze ein bisschen mehr gefühlt hätte. Aber ich glaube, ich habe auch keine schwarze Mose-Cesan, ne? Ne, ich glaube auch nicht. Ne. Habe ich nicht. Ne. Das ist... Ne. Ne. Ich finde es trotzdem eigentlich ganz cool. Ich finde die Triangle halt cool, weil der Rauch erst da unten bricht. Weil der Rauch erst unten bricht? Ja, beim Blau. Ach so, mit... Oh ja, zeig mal. Grip an alle, die nur Audio hören. Ja, okay. Das ist natürlich cool mit der Noir. Safe, ja. Da hat der Rauch erst mal ein bisschen Platz, bis der unten aufschlägt. Safe. Ja. Was war sonst so los? Eigentlich nicht viel, muss ich sagen. Ich meine, die letzte Folge war ja kurz vor Weihnachten. Äh... Ja. Wir können auf jeden Fall noch kurz über Silvester quatschen. Über Silvester, genau. Haben wir zusammen verbracht. Und ansonsten, neues Jahr, äh, eigentlich noch nicht so viel bei mir, muss ich sagen. Also, relativ entspannt reingestartet. Äh, ich hab gesagt, ich, äh, typischer Neujahrsvorsatz, äh, ein bisschen abnehmen. Klassiker. Ja. Aber das hat... Ist bei dir das Fitti merklich voller geworden? Echt? Echt so schlimm. Bei mir gar nicht. Echt nicht? Nee. Ich hab keinen Unterschied. Ja, aber bei dir sind es auch die Zeiten. Ich geh ja, manchmal geh ich ja abends und manchmal geh ich mittags. Und, äh, da gerade, wenn ich abends gehe, ist es abnormal. Also, das ist wirklich schlimm. Vor allem, das, das sehe ich mittlerweile auch sehr, sehr häufig auf TikToks. Also, das ist wirklich wahr, dass einfach so viele, ähm, jüngere Leute mittlerweile da sind, die einfach auch zu viert die, die Geräte blockieren. Und dann eine halbe Stunde am Seil zu chillen, denkst du, okay, dann, dann mach ich das heute. Digga, ich hatte das letztens im Gym. Ich wollte an die Hammer-Strength-Bizeps-Maschine, ne? Und dann stehen da so drei 15-jährige Jungs davor. Und gar nichts gegen 15-jährige Jungs im Gym. Ich find's richtig cool, wenn die in einem jungen Alter lieber sowas machen, anstatt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo der Stadt rumhängen und eine Kippe nach der anderen und ein Energy nach dem anderen und an der Stelle Prost. Weißt du, ist mir lieber, wenn die im Gym sind. Klar, noch nicht komplett ausgewachsen, müssen noch ein bisschen aufpassen und so. Machen die hoffentlich auch. Aber, Digga, ich wollte an diese Maschine und dann waren da diese drei Halbstarken. Und dann quatschen die nonstop. Und ich guck so und ich seh ein Handtuch auf der Maschine und die stehen eben dran. Aber ich hab ungelogen fünf Minuten keinen an dieser Maschine trainieren sehen. Dann bin ich irgendwann hin und war so, Jungs, seid ihr da dran? Die so, ja, wir sind da dran. Dann hab ich echt gesagt, ja, dann mach bitte auch, hier warten noch andere Leute auf die Maschine. Weil, also, fünf Minuten Satzpause an der Bizeps-Maschine kannst du mir nicht erzählen. Wenn du heavy Squats machst, okay, maybe fünf Minuten. Deadlifts, okay, maybe. Bro, Bizeps-Maschine, zu dritt, fünf Minuten Satzpause, fick dich. Also, das ist wirklich einfach nur noch assi, oder? Ja, bin ich wohl bei dir. Sehe ich, also, ist bei mir genau das Gleiche. Oder diese typischen Leute, die dann immer am Handy chillen. Ich chill auch am Handy, aber ich hab meinen Pausentimer. Ich mach die zwei Minuten. Ob ich am Handy bin oder nicht, macht bei mir keinen Unterschied. Aber da, Bro, ich hab ja keine Lust dann, wenn, sagen wir mal, die machen drei Sätze. Und die sind zu dritt. Und die machen fünf Minuten Pause. Digga, ich kann nicht eine fucking Stunde auf die Bizeps-Maschine warten. Ja, also, fühle ich auf jeden Fall. Bei mir auch um Weiten voller geworden. Aber man kämpft sich irgendwie durch, ne? Also, ich mein, wir beide sind ja, glaub ich, auch mittlerweile so erfahren, dass wir dann noch andersweite Übungen finden, wenn irgendwas besetzt ist. Ja, aber ich will mich ja in den Übungen steigern, die ich mache. Und wenn ich was anderes mache, dann fehlt mir da so der perfekte Vergleich, weißt du? Ja, ich hab da mittlerweile resigniert. Also, mittlerweile ist es einfach so, wenn ich sehe, okay, die Maschine ist besetzt, suche ich mir irgendeine andere Übung. Weil ich dann keine Lust habe, dann mein Training in die Länge zu ziehen. Ja. Nur, weil ich dann auf das Gerät fahre, dann werde ich noch kalt, dann hatte ich keinen Bock drauf. Ja. Ja, hast du auch wieder recht. Ja. Aber ich hatte halt Bock. Was soll ich sagen? Ich wollte halt die Maschine. Weil die ist auch Killer. Hammer-Strength, beste Maschine im Gym. Die ist einfach so. Ja. Sonst nichts passiert, oder was? Eigentlich nicht. Also, relativ entspannt gestartet. Arbeit, Sport, Schlafen. Genau. Arbeit, Sport, Schlafen. So sieht's aus. Das ist eigentlich genau das, was so bei mir momentan abgeht. Bei mir geht eigentlich auch noch nicht so viel ab. Aber dir wird viel abgehen. Ich habe so, langsam baut sich so dieses Gefühl auf, dass es die Ruhe vor dem Sturm ist. Ich habe jetzt, als nächstes steht an, was stellst du als erstes an? Zürich. Nee, als erstes Düsseldorf mit meinem Papa. Die Boot, wir gehen auf die Bootmesse. Eine Woche später ist theoretisch Augsburg. Zwei Wochen später ist eine Woche Schweiz. Ich fahre zum Sandroh. Warum, kann ich auch gleich nochmal erzählen. Und nochmal zwei Wochen später ist Prag. Also, da bin ich irgendwie eine Woche, also ich bin ein paar Tage, zwei Tage wahrscheinlich Düsseldorf, zwei Tage wahrscheinlich Augsburg, eine Woche Schweiz und nochmal eine Dreiviertelwoche in Prag. Soll ich was sagen? Ja. Nach Prag ist eigentlich schon fast wieder Shisha-Messe. Nach Prag ist dann Shisha-Messe in Frankfurt. Nach Shisha-Messe Frankfurt ist schon wieder Shisha-Messe Sevilla, wo wir übrigens auch unbedingt mal planen müssen, damit wir dieses Mal ein besseres Airbnb kriegen. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Naja, an sich war das Airbnb cool und die Lage in der Stadt war auch nice, aber ich glaube, ich würde es trotzdem mehr fühlen, wenn wir weiter außerhalb eine schöne Bude mit einem Pool hätten. So was wie Hukain. Ja, also Pool würde ich auf jeden Fall fühlen, aber ich muss sagen, im Notfall würde ich sogar nochmal das gleiche nehmen. Ich finde es echt nice, dass du rausgehen konntest. Ja, auch für Frühstücken und so. Weil, genau, weil hätten wir nicht die Lage gehabt, hätten wir zum Beispiel das eine Mal nachts, wo wir da von der Messe gegangen sind, nicht noch eine Pizza bekommen. Als ich oben Köpfe gemacht habe und du hast unten um die Ecke noch schnell eine Pizza geholt. Das stimmt, das war auch eine krasse Aktion. Aber, wenn wir jetzt so ein Haus im Nirgendwo hätten, dann würden wir halt einmal fett einkaufen gehen. Das stimmt. So, und dann haben wir ja geilen Scheiß daheim und dann ist auch wieder okay. So, dann kaufen wir ein bisschen gesundes Zeug ein, noch ein paar Notfall-Tiefkühlpizzen und gut ist. Also auf jeden Fall, lass uns sie wir demnächst mal planen. Definitiv, definitiv, ja. Vielleicht auch noch mit ein paar anderen Bloggern oder so zusammen, dass wir das dieses Mal schön früh angehen. Haben wir schon oft gesagt, hat immer hervorragend funktioniert. Aber wir können ja versuchen, aus unseren Fehlern zu lernen. Ja, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, als ob bald dann sehr, sehr viel los ist. Und dann hat sich bei mir auch noch Pandoras Box geöffnet. Oh Gott. SWG kann ja für viele stehen, das weiß man schon. Das kann die Shisha-WG sein. Neuerdings ist es auch sehr oft die Schach-WG. Aber in Zukunft Snowboard-WG. Und zwar, erstmal erzähle ich, warum Zürich, was da ansteht. Ich glaube, ich hatte es sogar schon mal kurz angeschnitten. Und zwar wird von den Veranstaltern von der Shisha-Messe der Shisha-Summit geplant. Das ist praktisch eine Messe, aber nur fachintern. Und auch weniger mit Ausstellungen, sondern mehr mit Panels oder so. Also wir wissen alle, glaube ich, noch nicht so richtig, was da abgeht. Und ich glaube, es kommen auch nicht so viele Influencer. Aber ich wollte das sowieso mit einem Trip zum Sandro verbinden. Und deswegen macht es für mich auch Sinn, dann trotzdem da hinzugehen und mal zu gucken, was da so geht. Ich bin sehr gespannt. Also es heißt, die 150 Most Influential People of the Shisha-Industry. Erstmal Bilder dazu zu zählen. Finde ich geil. Schon mal großes Lob an der Stelle eigentlich. Genau. Und da kam eine Einladung. Und was da so richtig abgeht, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass Leute aus Amerika und Co. Also von ganz weit weg kommen Leute extra dafür nach Zürich. Und das verbinde ich dann wieder mit einem Trip zum Sandro. Weil der letzte Trip zum Sandro war schon wirklich überragend. Ja. Und dann hat der Sandro gesagt, dann können wir ja Snowboarden gehen. Und da kommt sogar noch jemand mit zum Snowboarden. Ach nice. Wir gehen Freitags. Also das Event ist Freitagabend. Das ist wohl so das erste Get-Together. Und dann sind Samstags die ganzen Panels. Und Freitags gehen Sandro und ich noch auf die Piste. Mit dem Omar. Von Alpaka. Ach wild. Ja, weil, also ich habe ja gesehen, dass Sandro war ja bei Alpaka gewesen. Genau. Krass. Sandro war ja in L.A. Da war ja bei Hooker John und auch bei Alpaka. Und da hat er wohl ein bisschen connected mit dem Omar. Und der hat dann irgendwie dem Sandro gesagt, der will davor auch noch ein paar Tage Skifahren gehen. Beziehungsweise Snowboarden. Und dann hat der Sandro gesagt, ja, das wollten ich und ein Kumpel auch. Und ja, jetzt gehen wir wahrscheinlich mit dem dann zusammen Snowboarden. Ist das cool. Sehr, sehr geil. Jo, und dann habe ich ein bisschen mit Sandro darüber geredet. Und turns out, ein Tag Snowboardgear dort mieten, 160 Schweizer Franken. Schon. Bro. Und dann hast du noch keinen Skipass. Da hast du noch keine Skijacke. Da hast du noch keine Skihose. Da hast du noch keinen Helm. Da hast du noch keine Brille. Das ist geisteskrank. 160 Schweizer Franken. Kein Wunder, dass alle sagen, dass das ein Rich Hobby ist, so. Oder? Ja, ich finde es auch schon sehr heftig. Also ein Tag Skiausrüstung, also Snowboardausrüstung, 160 Euro ist schon. Und klar, du kannst das entweder auch hier irgendwo mieten. Oder du kannst das nicht im Skigebiet mieten. Oder du kannst, wenn du das länger mietest, dann ist das auch günstiger. Aber wir wissen halt nicht, wann wir wie wo Snowboarden gehen. Das muss halt spontan sein. Genau. Ja, das ist halt leider das Problem. Es ist nicht so, als ob wir jetzt sagen können, okay, wir mieten das eine Woche da, weil wir da eine Woche im Skiurlaub sind. Ich bin da bei Sandro und wir wollen ein paar Mal Snowboarden gehen. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich hätte eigentlich eh Bock, mehr Snowboarden zu gehen. Ich meine, es gibt auch noch Winterberg in Deutschland. Das ist zwei Stündchen Fahrt von uns. Das kann man auf jeden Fall machen für einen Tagestrip. Und ich war auch schon mal in Winterberg. Und ich bin auch schon ein paar Mal Snowboard gefahren. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du schon mal Snowboard gefahren bist. Ich war in der Schule, ich weiß gar nicht mehr, ob das Mittelstufe oder Oberstufe war. Auf jeden Fall war ich mal auf Skifreizeit. Und ich war auch zwischendrin immer mal wieder an Tags snowboarden. Aber noch nicht oft, weil es halt immer mit sehr viel Kosten verbunden ist. Und jetzt dachte ich aber, okay, weißt du was? Solange ich ein Brett unter den Füßen habe, bin ich eigentlich happy. Ob es Wakeboarden ist, Longboarden, Skateboarden, E-Skaten, bin ich happy. Und im Sommer gehen all diese Dinge, aber im Winter geht eigentlich nichts davon geil. Gott sei Dank gibt es eine andere coole Brettsportart, die man im Winter machen kann, Snowboarden. Long story short, ich habe mich dazu entschieden, mal mit dem Sandro zu gucken, was ich ausgeben müsste für ein eigenes Snowboard-Set. Und habe festgestellt, ich habe jetzt Bordbindungen für 400 Euro bekommen und die Boots nochmal für 300 Euro bekommen. Das heißt, ich habe jetzt roundabout, sagen wir mal, 700 Euro ausgegeben. Das heißt, wenn ich immer so teuer mieten müsste, hätte ich nach ein paar Mal fahren schon das ganze Equipment wieder drin. Selbst wenn du sagst, okay, vielleicht kriegst du es günstiger und kostet nicht 160, sondern 100. Dann hätte ich das nach sieben Mal Snowboard fahren wieder drin. Und Jacke und Co. bräuchte ich ja sowieso und müsste ich sowieso kaufen. Plus ich habe jetzt auch extra eine Skijacke gekauft oder eine Snowboardjacke, die cool aussieht und basic aussieht, sodass die auch normal als Winterjacke anziehen könnte, weil ich habe eigentlich auch keine richtige Winterjacke. Ich habe so eine Nike-Down-Jacke, aber wenn es mal um die Null Grad ist, dann ist es schon auch mit der Jacke arschkalt. Genau. Und ja, habe ich mir jetzt bestellt, sollte die Tage kommen. Wenn alles gut läuft, bin ich sogar nächsten Dienstag schon einmal auf der Piste. Ich will nämlich noch einmal vorher nach Winterberg. Nochmal üben? Ja, aber nicht, weil ich mich nicht blamieren will, sondern ich habe Angst, dass ich zu schlecht für die Jungs bin und ich denen dann auf den Sack gehe und dann am Ende des Tages nur alleine fahre. Deswegen dachte ich, es wäre eigentlich gut, mein neues Gear einmal noch vorher zu fahren und zu testen und auch mal wieder reinzukommen, sodass ich dann nicht eine Liability für die Jungs bin. Wie oft ist denn Sandro Snowboarden? Weißt du das? Ja. Ah, okay. Ja, also er ist tatsächlich auch dieses Wochenende wieder Snowboarden. Ah. Ja, ey, wenn ich in der Schweiz wohnen würde und eine halbe Stunde in die Berge brauchen würde, dann wäre ich auch andauernd Snowboarden. Ah, das wäre ja auch die Frage, weil dann würde er es wohl ganz gut können, würde ich mal behaupten. Ja, ja, ich glaube Sandro kommt schon klar auf einem Snowboard. Wie gut der Omar ist, weiß ich nicht. Ja, das stimmt. Für jemanden, der in L.A., wobei auch in L.A., ich glaube, wenn du eine Stunde fährst oder so, gibt es auch die ersten Skigebiete. Echt? Ach krass. Hat Sandro erzählt. Ja, gefährliches Halbwissen an der Stelle. Also von mir, ich habe es nur mal gehört, aber ja, scheint wohl zu funktionieren. Ja, genau. Und deswegen gibt es, also ich habe auch eine GoPro und die werde ich auch auf jeden Fall mitnehmen. Das hoffe ich doch. Und dann gibt es einen kleinen Snowboard-WG-Flog. Vielleicht mache ich auch einen kompletten Schweiz-Flog draus oder so. Mit Shisha-Summelt, mit Snowboarden, mit Sandro rum. Oder eher so XXL-Version. Ja, würde ich eigentlich schon fühlen. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Hast du noch deine Insta360? Die ist doch abgesoffen auf den Malediven. Ah, stimmt. Ich habe mir die doch für die Malediven geholt. Und die ist auf den Malediven gestorben. Bis 10 Meter wasserdicht. My ass wasserdicht, Digga. Aber wenigstens habe ich das Footage vom Tauchen mit den Haien noch runterbekommen vorher. Ah, okay. Ja. Aber das hätte ich nämlich auch gefühlt. So mit der Insta360 dann auf dem Snowboard. Das wäre schon geil. Da gibt es jetzt auch eine neue Variante von, aber ich will jetzt nicht wieder so viel Geld für eine Cam ausgeben. Irgendwann haut mir auch die Steuerberaterin auf den Kopf und sagt, Junge, wie viele Kameras willst du noch kaufen? Du Vollidiot. Völlig verständlich. Naja. Die macht schon schöne Aufnahmen. Nimm ich? Mhm. Ja. Tut sie wirklich? Ah, ne, aber hört sich auf jeden Fall nach sehr, sehr viel Action. Also ich glaube auch wieder, dass du, es war ja glaube ich, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo es auch so war, so am Anfang des Jahres war es ein bisschen entspannter und dann ging es eigentlich bei dir Schlag auf Schlag, was so die Action angeht. Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, das krasseste Jahr, was ich hatte, war 2020. Da war im Januar Spanien, im Februar Russland und im März Dubai. Aber das war direkt volles Programm dieses Jahr. Also das war, da war es schon krass. Ansonsten hat sich das eigentlich immer ganz gut verteilt, ja. Und nach März habe ich auch aktuell, na doch, nach März im April ist dann schon die Messe in Frankfurt und dann zwei Monate drauf ist schon wieder die Messe in Sevilla. Ja. Also eigentlich die Hälfte vom Jahr ist schon wieder full. Ausgeplant. Ja. Jetzt einfach schon. Und ich wollte eigentlich auch noch einmal super gerne mit Hukain nach Spanien, weil wir waren ja mal mit Hukain in Spanien, ich war schon ein paar Mal mit Hukain in Spanien, aber wir waren ja beim letzten Mal in der Litlip-Fabrik. Jetzt ist aber die Popo, Plagg und Co. Fabrik eine andere. Ah, okay. Das ist das letzte Mal nicht hingeschafft und ja, da wollte ich eigentlich auch gerne nochmal hin, weil jetzt kam ja auch vor kurzem der SWG-Popo raus in All Black und ja, wäre irgendwie schon cool, dann auch mal die Fabrik gesehen zu haben, wo die Köpfe produziert werden und deswegen würde ich da eigentlich auch gerne nochmal hin, aber ich glaube, das wird dann, weiß ich nicht, vielleicht frage ich auch, ob die Jungs schon früher da sind vor der Messe und dann mache ich da einen etwas längeren Sevilla, Tripp draus, mal gucken. Ja, vielleicht sowas in die Richtung. Ja, Shisha-Summit bist du auch eingeladen, ne? Ne, da bin ich nicht eingeladen. Ach ne? Ne, Summit bin ich nicht da. Habe ich das verwechselt? Du und Sandro, ich weiß nicht, wer da noch am Start ist. Ich glaube, Ali und Yannick und Schmidi und Dödet sind auch eingeladen. Ja, aber die wissen es noch nicht so richtig, weil es halt, also wenn man das aus einer geschäftlichen Perspektive betrachtet, das ist obviously nicht bezahlt und auch das Hotel wird nicht bezahlt und die Fahrt, so ist es halt ein Summit, ne? Es ist ja jetzt nicht so, als ob das irgendwie ein Werbeevent wäre oder so, wo das Sinn machen würde. Aber dann ist es halt schon, das Hotel ist sehr teuer, es kostet 350 Euro die Nacht, deswegen würde ich auch nicht da pennen, sondern bei Sandro, bei zwei Nächten und du bist 700 Euro los, Digga. Aber was ist denn das dann für ein Hotel? Ein wildes Hotel. Okay. Sieht auch geisteskrank aus, also ist bestimmt cool, aber 700 Euro, nee, geht nicht. Zumal der erste Tag ja wirklich eine Ankunft wäre. Ja, und abends dieses kurze Get-Together. Ja, aber da hast du ja nichts davon. Das ist ja dann wirklich einfach nur 350 Euro, dass du da pennen kannst. Ja, so und deswegen wäre es halt viel Sprit, viele Kilometer auf dem Auto, viel Geld fürs Hotel und eigentlich würde ich auch sagen, dass ich da raus bin, aber ich wollte ja eh nochmal zu Sandro, ich wollte eh mit Sandro mal snowboarden gehen, da reden wir schon seit einem Jahr drüber. Da bietet es sich halt super an. Genau, und da bietet es sich an, das halt da zu machen, wenn eh dieser Shisha-Summit ist und dann gehen wir da natürlich auch hin. Ja. Aber ich kann verstehen, wenn andere sagen, boah, weiß ich nicht, ob ich da hingehen will, weil viel Geld, viel Zeit und in der Zeit könntest du auch irgendwie Geld verdienen. Natürlich. Ja, und dann, ja, Prioritäten, ne? Klar, kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Genau, und Prag kann ich noch nicht so viel zu erzählen, ist auch noch nicht 100% safe, aber wenn das alles so klappt, wird das auch sehr, sehr nice. Er willst du nicht erzählen, dass du deine eigene Lounge da aufmachst? Och, Alex. Nein, es wird keine SWG-Lounge in Prag geben. Du musst es dazu sagen, irgendjemand glaubt's, Alex, irgendjemand glaubt's. Und dann lese ich wieder in irgendwelchen komischen Facebook-Gruppen irgendwelche Gerüste. Ja, habt ihr gehört, dass SWG eine Bar in Prag aufmachen will, Digga? Was ist denn mit ihm jetzt? Habt ihr auch gehört, dass der jetzt nach Dubai auswandert? Ja, auf jeden Fall. Macht der. Ja, macht der. Macht der wirklich. Ja, Prag kann ich noch nicht so viel zu erzählen. Aber es wird trotzdem cool. Ja, ich denke auch. Weißt du, was auch cool war? Was war cool? Dass sein Bruder jetzt auch eine VR-Brille hat. Ja. Und ich ihn erst mal richtig krank in Beat Saber abgezogen habe. Ja, weil ich hab ihm ja gesagt so, hier, schreib doch mal mal auf, weil ich weiß halt, du zeugst das auch. Und dann stand ich bei ihm im Zimmer, hab nur gesehen, wie er da rumgehampelt hat. Es sieht von außen schon witzig aus. Von außen sieht es auf jeden Fall funny aus. Aber Beat Saber ist ein krasses Workout. Ja, der meinte auch so, dass sein Apple Watch das ein oder andere Mal schon das Workout aufgenommen hat. Ja, also wenn du da krasse Songs auf einer guten Schwierigkeit spielst, das geht auf jeden Fall gut vorwärts. Also ich ziehe mir mittlerweile für Beat Saber Sportklamotten an. Ach krass. Ja. Also jetzt, wenn du irgendwie Golf mit deinen Freunden spielst, Minigolf, obviously nein. Aber Beat Saber ist schon krass. Eigentlich können wir das auch mal zusammenzocken jetzt. Da musst du ja erstmal ein bisschen üben. Ja, das stimmt. Du musst ja einiges üben. Dann ziehe ich dich auch geisteskrank aus. Easy clap. Gut. Wir haben ja auch noch ein Special-Thema. Oder hast du noch was aus deinem Real-Life, was du gerne uns mitleidend würdest? Wir können auch kurz über Silvester reden. Oh, stimmt. Hab ich ja gesagt. Das wollt ihr machen. Ja, erzähl. Ja, genau. Also Silvester, das war eigentlich super spontan jedenfalls für meine Freundin und mich. Weil wir eigentlich gesagt haben, okay, wir machen einen ganz entspannten. Und irgendwann hat so Mo gesagt, hier, Alex, wie sieht's denn bei euch so aus? Bei uns kommt der Mar vorbei. Anna kommt vorbei mit ihrem Freund, wollen wir nicht auch noch dazukommen? Und dann war so, ja, hört sich doch eigentlich nach einem guten Plan an. Dann waren wir eigentlich eine sehr, sehr schöne Truppe an Silvester. Und da auf jeden Fall noch mal Props an Vivi für das Essen. Weil das, also wir haben Raclette gegessen und das Aufgebot war abnormal. Also über die Standardsachen, sag ich mal, über Fleisch bis hin zu Pizza. Und auch die ganze Deko. Ja. Übel schön, übel schön. Vivi hat eh eine sehr schöne, oder Vivi und Mo, muss man jetzt sagen, haben eh eine sehr schöne Wohnung. Und auch super schön noch dekoriert. Der Essenstisch super schön gemacht. Einfach schon sehr cool. Ja. Und das war wirklich ein sehr, sehr schönes Essen. Der Nachtisch, der war so mächtig. Alter, ich glaube, ich habe ja zweieinhalb Nachtische gegessen. Ja, weil ich muss sagen, ich war so voll vom Raclette. Anfänger, der. Ja, schlimm. Anfänger. Ich war so voll vom Raclette, dass ich gesagt habe, okay, ich packe das einfach nicht mehr. Und dann hast du noch einen zweiten Nachtisch bekommen. Ja, und ich glaube, vom Janni habe ich sogar auch noch ein bisschen gegessen. Aber da war ich dann irgendwann auch Game Over. Aber nach zweieinhalb Nachtischen ist das, denke ich, auch vertretbar. Das stimmt. Genau. Und wir hatten eigentlich gar nicht so ein wildes Programm. Wir hatten jeder Pfeife mitgebracht. Jeder ein bisschen Tabak mitgebracht. Ein paar Köpfe, ein paar HMDs. Haben Pfeifchen geraucht. Haben gequatscht. Haben ein bisschen Testix Silvester-Special-Stream geguckt. Ja. Dann sind wir um Null kurz raus. Haben uns kurz angeguckt, was die ganzen Deppen an Geld verbrennen. Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, für zwölf Euro Sachen eingekauft. Einmal so ein Set, ne? Ja. Und das war okay. Aber ich habe dann auch so, auf YouTube kriegst du ja dann so, da kommen ja die ganzen Silvester-YouTuber. Das ist krank, Alter. Ey, das ist so abnormal, wie viel Geld die da ausgeben. Aber das kann doch kein Business sein. Ich glaube schon. Ich glaube, die kaufen sich... Was machst du denn das restliche Jahr mit dem Channel? Die kaufen einfach an Silvester so viel ein, dass die einfach für ein komplettes Jahr Content planen können. Ja, aber wer zieht sich denn jetzt im Sommer Feuerwerks-Content rein? Gibt es so 100% auch genug Leute. Echt? Safe. Wilde Nische. Also ich habe da nur eine Reaction von State drauf gesehen, wo die wirklich so auch eigenen Merch und so weiter hatten. Also es muss anscheinend funktionieren, also dass die da wirklich über das Jahr hinweg dann so, wir vergleichen denen die Batterie mit der Batterie und so weiter. Hä, wild. Muss ich mir mal angucken. Ey, das ist so krank. Also das hätte ich selber nie gedacht, dass das so ein Ding ist. Ja gut, aber so geht es bestimmt auch einigen Leuten mit Shisha, dass die auch nicht denken, dass das so ein Ding ist. Aber apparently, yes. Ja. Ah ja, krass. Ja genau, dann waren wir kurz draußen. Genau. Haben angestoßen, jedem frohes Neues gewünscht. Und dann Kopf gebaut. Und dann, nee, Kopf, wir waren smart. Wir waren smart, wir haben Köpfe vorgebaut. Wir haben nach dem Essen noch Köpfe vorgebaut, haben dann gewartet, bis es 0 Uhr war, sind kurz raus, rein instant Kohle gelegt. Ich glaube, um Viertel nach 0 war gefühlt der erste Kopf an. War der erste Kopf, ja. Sehr, sehr gut. Und haben noch den ein oder anderen Moskau-Mule. Moskau-Mule, ja, sehr gut. Boah, die waren echt lecker. Ich habe davor, glaube ich, nie Moskau-Mule getrunken. Ich habe einmal mit den, auch mit Mo und den ihren Jungs habe ich mal einen getrunken. Aber ich hatte nicht im Kopf, dass das so gut war. Das war echt sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Also konnte man auf jeden Fall machen. Dann sind wir noch irgendwann auf Gin umgestiegen. Ja, weil irgendwas leer war. Ja, genau. Ja. Ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von mir. Ich trinke ja nicht oft. Und deswegen dachte ich eigentlich, wenn ich da zwei, drei Cocktails wegballere, dann bin ich schon gut angetrunken. Aber war ich irgendwie nicht. Ich war am Ende total abgefuckt, weil ich so viel Alkohol getrunken habe, dass ich definitiv nicht mehr fahren durfte. Aber auch nicht so viel, dass du... Aber auch nicht so, dass ich irgendeinen wilden Effekt vom Alkohol hatte. Also ich würde sagen, ich war nicht... Ich war slightly angetrunken. Aber wirklich nur slightly. Ich schätze sogar, ich hätte noch fahren können. Nicht dürfen. Und ich habe es auch nicht gemacht. Aber ich hätte eigentlich gesagt, ich kann noch. Und das ist jetzt nicht... Ich fahre lang genug Autofreundlich. Ich kann das einschätzen. Aber ich habe eh die Regel, wenn ich trinke, fahre ich nicht. Punkt. Egal, wie ich denke, dass ich könnte. Ich lasse es. Obviously. Aber ja, da war ich ein bisschen... Machst du das jetzt bei jedem englischen Wort, das ich benutze? Nein. Ich glaube, das ist eine Lüge. Lüge. Anyway. Er macht's. Du hast doch provoziert. Anyway. Ich wurde dann heimgefahren. Ja. Ja. Meine Freundin ist so ein Fahrrad noch heimgefahren. Das war ja an sich schon eine Story. Erzähl doch mal. Ey, also... Ihr seid beide fünf... Nee, du fährst ja regelmäßig Fahrrad. Genau. Aber deine Freundin nicht. Nicht so oft, ja. Ja, das größte Problem war im Endeffekt, also das Ding, die haben gesagt an Silvester, okay, ganz ehrlich, da ein Taxi zu bekommen, dann fahr mal lieber zehn Minuten Fahrrad. Ich meine, das ist wirklich um die Ecke im Endeffekt. Und ja, dann nur, weil ich bin länger nicht mehr Fahrrad gefahren und meine Freundin das Fahrrad von meiner Mom genommen, die ebenfalls sehr lange nicht mehr gefahren ist. Das heißt dann... Und wie lange ist deine Freundin nicht mehr gefahren? Ich glaube, drei Jahre oder so. Ist auch sehr, sehr lange nicht mehr gefahren, ja. Auf jeden Fall stehen wir dann in der Garage und ich sehe erst mal so, ja geil, ich kann erst mal vier Reifen aufpumpen, wo ich schon gar keinmal... Weil wir sind, wir wären eigentlich pünktlich da gewesen, das war dann hinfällig. Und dann haben wir gedacht, okay, wir sind smart. Wir haben ja ein paar Sachen mitzunehmen, so Tabak und Pfeifen hat der Mo netterweise schon abgeholt gehabt, aber trotzdem noch Trinken mitnehmen, ein paar Kleinigkeiten. Auf jeden Fall haben wir gesagt, okay, das Fahrrad von meiner Mom hat so zwei Körbe. Körbe? Ja, Körbe. Einen vorne und einen hinten. So, den von hinten habe ich gar nicht erst gefunden und von denen haben wir nicht dranbekommen am Anfang. Das hat auch erst zehn Minuten gedauert. Und ja, dann sind wir losgefahren und es war eine sehr wilde Reise, weil drei Jahre kein Fahrradfahren von, was heißt drei Jahre? Also auf jeden Fall sehr, sehr unregelmäßiges Fahrradfahren mit einem ungewohnten Fahrrad. Das war so ein typisches Frauenrad und war dann doch ein bisschen ungewohnter. Aber sind gerade noch so gut angekommen. Und ich muss sagen, Rückweg lief eigentlich auch ganz gut. Also ich habe eigentlich gedacht, dass wir auf dem Rückweg kontrolliert werden, weil eigentlich ist ja gerade so in dem Bereich ganz gern mal Polizeikontrolle, was ich auch komplett verstehen kann an Silvester. Aber war ja gerade an Silvester sehr wichtig. Aber war zum Glück gar nichts. Die ganzen Idioten, die dann doch mit Alkohol im Blut fahren, direkt den Lappen weg. Ja. Also wenn die sich einfach selbst totfahren würden, ja, wenn du halt trinkst und fährst, bist du halt auch selbst schuld. Aber du gefährdest halt viel zu viele andere Leute. Das ist der Punkt. Ja. Wenn das... Ja, egal. Haben wir, glaube ich, genug zugesagt zu dem Thema. Ja. So, ich wurde dann heimgefahren und am nächsten Tag habe ich mir mein E-Skate geschnappt und die Reise zu Mo angetreten. War auch eigentlich sehr cool. Es gab noch eine Stelle, die ein bisschen matschig war. Da habe ich mich direkt eingesaut. Das war nicht so cool. Und dann bin ich ins Büro gefahren. Ja. Das war Silvester. Also war sehr cool. Essen war sehr gut. Gesellschaft war sehr entspannt. Und es gab noch eine sehr coole Situation. Der Janni war ja auch da. Und der Janni... Also Janni hatte mal gegen mich Backgammon im Büro gespielt und meinte dann, er will auf jeden Fall die Revanche. Also habe ich mein Backgammon-Brett mitgenommen. Und dann haben wir Backgammon gespielt. Habe ich dem Janni erzählt, dass ich in letzter Zeit auch ein bisschen Schach spiele. Und dann meinte der Janni, ja, also in Schach bin ich ja überdurchschnittlich gut. Das sollten wir wahrscheinlich nicht gegeneinander spielen. Dann hat er eine Runde gegen Tessix gespielt. Hat die Dame geblendet und hat verloren. Und dann dachte ich, okay, wenn er so eine Scheiße macht, habe ich vielleicht doch eine Chance gegen ihn. Und dann habe ich ihn auch abgezogen. Dann habe ich die Runde Schach gegen ihn gewonnen. Das war sehr nice. Währenddessen haben wir, glaube ich, Switch gezockt, ne? Ja, genau. Ich habe Mario Party gespielt. Ja. Und das heißt, ich stehe offiziell 100% Siegeschancen gegen den Janni. Ich werde jetzt auch nie wieder gegen ihn Schach spielen. Aus Prinzip. Aus Prinzip. Ich habe jedes Spiel, was ich jemals gegen den Janni gespielt habe, gewonnen. Gut. Also Silvester auch ein voller Erfolg. Ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem Hauptthema, bevor unsere Köpfe durch sind und die Folge rum ist. Wir hätten eigentlich auch noch einen neuen Kopf vorbauen können. Ja. Haben wir aber nicht. Perfekt. So ist es. Ja. Anyway. Das perfekte Shisha-Setup. Ja. Ein cooles, aber auch irgendwo sehr leidiges Thema. Das stimmt. Weil Leute, die neu in die Shisha-Szene kommen, halt oft denken, dass es sowas gibt. Und es gibt es auch, aber halt nur mit einem Sternchen hinten dran, im Sinne von, es ist halt super subjektiv. Ja. Das heißt, für den einen ist es auf jeden Fall mit einem edelscher HMD, der andere liebt sein Kamin-Setup und findet alles andere auch scheiße und dann ist das auch richtig. Aber es gibt vielleicht Mittel und Wege, wie wir euch ein bisschen ranführen können. Und erstmal natürlich die wichtigste Frage, was heißt denn überhaupt Shisha-Setup? Zählt da denn die Pfeife dazu und wenn ja, wie sehr? Ja, da fängt es nämlich schon an mit der Thematik. Also im Endeffekt kann man es eigentlich so beschreiben, der Geschmack und der Rauch, den ihr aus einer Shisha rausbekommt, also jetzt mal ganz für Anfänge gesprochen, liegt eigentlich zu 99% an eurem Kopf-Setup. Das heißt, die Shisha sollte dicht sein und dann wird eure Pfeife auch weitestgehend funktionieren. Natürlich, bei der Shisha spielt der Durchzug eine Rolle. Das Rauchverhalten ist aber auch wieder subjektiv, was man lieber möchte. Ob du jetzt ein geschlossenes Rauchverhalten möchtest, wie bei einer Tradi zum Beispiel oder ein offenes Rauchverhalten, wie jetzt bei einer Ian-Lounge oder bei einer Priest 2. Und das sind, glaube ich, so diese zwei Punkte, die bei der Pfeife wichtig sind, um da eine Auswahl zu treffen. Natürlich kommt da noch Budget, wie viel willst du für eine Pfeife ausgeben? Wie viele Schlaure Anschlüsse brauchst du? Willst du eine große, willst du eine kleine? Aber das sind alles mehr, ich sag mal, Style-Fragen. Solange eine Pfeife halt ein gewisses Mindestmaß an Durchzug hat, und das haben eigentlich alle Pfeifen, die so auf dem deutschen Markt sind aktuell, zumindest so vor allem von denen, die wir so getestet haben und auch empfehlen, passt das eigentlich? Ich würde kurz einen kleinen Shoutout an den berater.shisha-wg.de geben, falls ihr euch bei eurer Pfeife noch nicht sicher seid. Das ist eine Website, die die Discord-Jungs mit mir zusammen gemacht haben, wo Pfeifen drin sind, die ich kenne, die ich empfehlen kann, wo ihr nach verschiedenen Kriterien suchen könnt. Also ihr könnt zum Beispiel sagen, ich will eine kleine Vierschlauchpfeife oder ich will eine große Einschlauchpfeife oder ich will eine kleine Einschlauchpfeife mit vielen Blow-offs. Und so könnt ihr dann da so ein bisschen eure Kategorien durchklicken, eure Filter setzen und am Ende kommen halt so zwei, drei Empfehlungen raus. Und wenn ich ein Video dazu habe, und das ist bei den meisten der Fall, könnt ihr euch auch noch direkt das Video reinziehen und dann findet ihr so vielleicht schon mal eure beste Pfeife. Das heißt, Pfeife können wir relativ schnell abhaken, solange die Qualität nicht absolut rotz ist, die Pfeife dicht ist und ein gewisses Mindestmaß an Durchzug erfüllt, was fast alle Pfeifen, die wir so da haben, erfüllen, ist die Pfeife an sich egal. Also was Rauch- und Geschmackserlebnis angeht, heißt natürlich nicht, dass ihr nicht mit einer teureren Pfeife ein schöneres oder auch ein Setup habt, für das ihr euch mehr begeistern könnt. Die Shisha ist schon das Aushängeschild natürlich davon, aber was euer Geschmacks- und Raucherlebnis angeht, ist es der irrelevanteste Punkt. Das ist so ein bisschen, habe ich jetzt auch wieder beim Snowboarden gelernt, kenne ich ja auch schon vom Wakeboarden, das Brett an sich ist bei weitem nicht so wichtig wie zum Beispiel der Schuh. Obwohl man natürlich erstmal denken würde, was ist beim Snowboarden wichtig? Das Snowboard. Aber so ist es nicht. Und genauso ist es auch beim Shisha-Bereich. Man denkt sich erstmal, die Shisha, das ist ja das Wichtige. Also gebe ich da mehr Geld aus und dann noch irgendeinen Kopf und irgendeinen Aufsatz drauf. Dann wird es schon funktionieren. Dann wird es schon funktionieren, aber weit gefehlt. So ist das nicht. So sieht es nämlich aus. Genau. Und dann kommen wir natürlich auch zum essentiellen Teil. Und zwar würde ich das aufteilen und zwar in Köpfe, in HMDs. Ich würde sogar noch einen kleinen Aspekt, den Tabak dazu ziehen. Auf jeden Fall. Und Cola natürlich auch. Auch wichtig. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch mal so mit dem Grundlegen an uns bei den Köpfen. Ja. Haben wir ja schon eine Special-Folge drüber gemacht mit unseren Lieblingsfunnel. Aber erstmal vielleicht, was gibt es denn überhaupt für Kopfarten? Genau. Also ich glaube, das verbreiteste, gerade hier in Deutschland, ist eigentlich die Auswahl zwischen einem Funnel-Kopf, also einem Ein-Loch-Kopf und einem Mehr-Loch-Kopf. Kamin. Müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Ja, das würde ich dann bei HMDs. Achso, du meinst, achso, du meinst, ach, okay, ja. Ja, 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 ich verstehe auch, was du meinst. Ja, okay, machen wir weiter, machen wir weiter, machen wir weiter. Genau, auf jeden Fall. Es gibt so die große Auswahl zwischen Funnel- und Mehr-Loch-Kopf. Es gibt dann auch so Special-Sachen, die so hybride sind oder sowas wie ein Vortex-Kopf zum Beispiel. Genau, wo das Funnel-Loch sozusagen zu ist und die Löcher an der Seite von dem Funnel-Wöppel ist. Genau. Aber so grundlegend würde ich das auf Funnel- und Mehr-Loch-Kopf unterscheiden. Ja. Da würde ich dann erstmal dazu kommen. Funnel-Kopf würde ich tendenziell sagen, ist meistens etwas schwieriger zu bauen, ein bisschen schwieriger in der Handhabung im Vergleich zum Mehr-Loch-Kopf, der sich leichter bauen lässt. Ich finde, Mehr-Loch-Kopf ist oberflächlich ziemlich leicht zu bauen, aber in der Perfektion fast sogar schwerer als ein Funnel. Vielleicht ist das aber auch nur meine fehlende Mehr-Loch-Kopf-Erfahrung. Würde ich dir an sich recht geben. Nur ich glaube, wenn wir das jetzt gerade so ein bisschen in dieser, welches Setup ist am besten und diese Diskussion von, was kauft sich jetzt vielleicht ein Anfänger und kein Shisha-Profi, würde ich das eher in die Richtung lenken, dass ein Funnel tendenziell eher schwerer zu bauen ist als ein Mehr-Loch-Kopf. Aber im Endeffekt würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Ja, weil, also wenn man es mal ganz dumm runterbricht, bei einem Mehr-Loch-Kopf lässt du den Tabak fluffig reinfallen, verteilst den ein bisschen, dass er halbwegs gleichmäßig liegt. Ja. Fertig. Genau. Basically. Ach Alex, wirklich jetzt jedes Mal. Kann ich einen neuen Shisha-Kopf-Co-Host haben, bitte? Bitte Bewerbung jetzt in die Kommentare. Du wirst gecancelt. Uff. Du hast noch drei Strikes offen, wenn du noch dreimal über den Anglizismus von mir lachst. Ist vorbei. Dann trennen sich unsere Wege. Ja. Ja. Gut. Mehrloch versus Funnel. Ja. Am Ende des Tages ist es eine schwierige Sache, sich zwischen Mehrloch und Funnel zu entscheiden. Wir können euch natürlich unsere persönlichen Präferenzen sagen. Bei mir wäre es Funnel. Ich weiß nicht, was bei dir im Moment mehr ist. Ich persönlich, also rein subjektiv, würde ich wahrscheinlich momentan sogar ein Mehrloch vorziehen. Hab ich mir gedacht. Aber ich würde auch eher sagen, in der Diskussionsrunde zu der Thematik würde ich eher ein Funnel vorziehen. Und das Problem ist, und da werden wir auch gleich noch bei Alu versus Edelstahlhalm, die drauf zu reden kommen. Ihr müsst eigentlich beides einmal probiert haben, damit ihr wisst, was für euch geiler ist. Der beste Weg und günstigste Weg wäre natürlich, dass bei irgendeinem Kumpel, der schon Shisha-Equipment hat, einmal auszuprobieren, haben vielleicht manche Freunde jetzt nicht, also manche Leute haben jetzt vielleicht keine Freunde, die so tief im Shisha-Thema drin sind, dass die beides da haben. Dann würde ich sagen, nehmt auch erstmal ein Funnel. Einfach, weil ich es geiler finde, selbst. Da bringe ich auch direkt mal die nächste Thematik mit Reise, dann können wir das nämlich in zwei Kategorien unterteilen. Und zwar den Kamin-Meerlochkopf. Und weil der ist in vielen Shisha-Sets nämlich direkt schon dabei. Und ihr habt einen Meerlochkopf und wenn ihr ein HMD holt, könnt ihr bei vielen Kamin-Köpfen theoretisch auch noch einen HMD, also eine Smokebox draufpacken. Das heißt, ihr könnt da schon mal so leicht testen, wie euch das drauf verhalten und wie euch das Tabak-Aroma in unterschiedlichen Setups gefällt und könnt dann trotzdem noch einen, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, gescheiten Meerlochkopf, der wirklich für Smokeboxen ausgelegt ist, zulegen. Das Ding ist halt, gerade so am Anfang, wenn es rund um das Thema Virginia-Tabak geht, also so der typische Tabak, den man so in Deutschland kennt, finde ich einfach, ist das Geschmackserlebtes im Funnel um Weiten besser als im Meerlochkopf. Meerlochkopf sind bei mir nämlich zu größten Teilen in Darkplant-Varianten und vor allem Darkplant, der sich auch eher für einen Meerlochkopf ereignet. Zum Beispiel habe ich schon mal gebracht, das Beispiel Nasch ist für mich ein reiner Meerlochkopf-Tabak. Ja, also in kleinen Anteilen, in einem Mix finde ich den auch im Funnel okay, aber gerade wenn so ein Großteil dein Kopf aus Nasch besteht, ist ein Meerlochkopf hundertmal besser. Ohne Diskussion. Genau, und das sind eigentlich so Grundzüge, wo ich sagen würde, ihr werdet auf Dauer oder für die erste Zeit auf jeden Fall mehr Spaß mit einem Funnel haben, gerade wenn ihr so typische Sachen wie, lass es Holster sein, lass es Loyal sein, alles was halt Virginia-Tabak ist. Ja, also die Classic-Virginia-Auswahl, wenn ich bei mir gucke, Loyal, Aino, Holster, Fuck Your Life, all so Sachen funktionieren eigentlich tendenziell besser in einem Funnel, vor allem wenn es pur geraucht wird oder untereinander gemischt wird, sobald dann mal mindestens 50% Darkblend drin sind, kann Meerlochkopf schon sehr, sehr geil sein. Ja, aber auch da wieder, gerade für die Leute, die vielleicht noch nicht so lange rauchen, wenn du einen Darkblend probieren möchtest, würde ich auch immer einen Funnel vorziehen, weil du dann auch mit der Nikotinstärke durchs Andrücken ein bisschen mehr spielen kannst. Ja, safe. Auch ein wichtiger Punkt, ja. Am Ende des Tages die Unterhaltung, wenn wir es runterbrechen, könnte man sagen, für Anfänger tendenziell, vor allem wegen der Eigenschaft, dass Virginia besser drin funktioniert und die meisten Leute in Deutschland halt zum Großteil Virginia rauchen. Unsere Empfehlung, wenn ihr nur einen Kopf erstmal probieren wollt, probiert erstmal einen Funnel. Wenn ihr nicht wisst, welcher Funnel, dann guckt euch gerne oder hört euch gerne die andere Folge ShishaCast an. Da haben wir ganz ausführlich über die Kopf-Auswahl gesprochen. Wenn ihr keinen Bock habt, da eine Stunde Research reinzustecken, sondern ihr wollt jetzt einfach irgendeinen Namen hören und den wollt ihr euch kaufen, dann würde der Alex wahrscheinlich sagen, der Wandenberg V1 und ich würde dann noch sagen, der Hukain Popo oder The Plug, die sind beide sehr gut. Guckt euch an, welcher euch besser gefällt, so rein optisch funktionieren, tun die beide sehr gut. Und vielleicht noch eine Empfehlung, wenn ihr mit Freunden zusammen an der Pfeife raucht, dann braucht ihr ein größeres Tabak-Depot, weil die Tabakmenge entscheidet darüber, wie lange ihr rauchen könnt. Wandenberg V2. Ja. Da muss viel Tabak rein, aber das ist auch genau das, was du brauchst, wenn du halt mit zwei, drei oder sogar vier Leuten an einer Pfeife anderthalb Stunden Spaß haben willst. Ja. So könnte man, glaube ich, Köpfe erstmal größtenteils abhaken. Ja. Und das ist übrigens so geil, dass wir zwei den ShishaCast zusammen machen, weil du bist eher Team Meerloch oder du hast eher Tendenzen Richtung Meerloch. Ich habe starke Tendenzen Richtung Funnel und du hast starke Tendenzen Richtung Edelstahl-HMD. Ich hingegen sehr starke Tendenzen Richtung Alu-HMD. Und das macht es auch sehr, sehr gut für uns darüber zu diskutieren. HMDs. HMD heißt erstmal Heat-Management-Device. Im Grunde könnte man sagen, alles ist ein HMD, was oben auf den Kopf kommt. Ob das so ein Onmo ist, also so Richtung Callout, Onmo, Kohleschalen, HMD, wie auch immer man es nennen will. Also ein Metallbehältnis, worin die Kohle gelagert wird, was dann auf dem Kopf auf dem Tabak sitzt. Aber man könnte auch argumentieren, dass ein Kamin auch ein Device ist, worüber du einstellst, wie viel Hitze der Kopf bekommen soll. Also zu Englisch, ein Heat-Management-Device. Genauso Alu. Alu wohl most basic so, aber trotzdem theoretisch ein HMD, wenn man einfach laut dem Namen geht. Genau. Aber HMD meint, wenn man im normalen Sprachgebrauch in der Shisha-Szene unterwegs ist, immer eine Smokebox. Ja. Gibt es noch andere Namen? Kohleschale, HMD, Smokebox. Smokebox, glaube ich, so das verbreiteste. Ja. Ich glaube auch. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Gab es mal ein Produkt? Ist das so ein Tempo-Ding? Boah, das weiß ich gar nicht. Das man mit Tempo Taschentuch meint, aber weil jeder Tempo als Tempo kennt, ist Tempo auch gleichzeitig der Name der Kategorie. Ich weiß, was du meinst, aber ich wüsste nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, das wurde einfach aus dem Englischen adaptiert. Ja. Bei HMDs gibt es eigentlich eine normale Größe. Also Onmo, Kalaut, Zeppelin, Nagrani, AO, Wabuschka und, 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 und haben eigentlich eine normale Größe. Das heißt, wenn wir sagen, auf diesen Kopf passt ein HMD, dann meinen wir genau diese HMDs und dann ist die Kopfgröße auch immer sehr, sehr vergleichbar. Klar, es gibt mal einen dickeren Rand, es gibt mal ein tieferes Depot, es gibt ein breiteres Depot, es ist ein schmaleres Depot. Das ist dann immer noch ein bisschen Geschmackssache. Again, da den Shisha-Cast einmal komplett anhören, wenn ihr da tief eintauchen wollt. Ansonsten verlasst euch einfach auf uns mit den vier Köpfen, die wir vorhin empfohlen haben. Drei? Drei? Vier. Vier? Wandenberg vor eins, Huka in Popo. Ja, okay, Popo oder Plagg. Ja, ja, vier. Äh, dreieinhalb, sagen wir mal. Ja. Und bei Smokeboxen gibt es erstmal zwei grundlegende Kategorien. Um kurz noch Kamin außen vor zu lassen, es ist das Einfachste, es ist meistens mit dabei. Es ist meiner Meinung nach, aber ich glaube auch unserer Meinung nach, das schlechteste Setup von allen. Also Smokeboxen, Alu oder Kamin, würden wir Kamin in der Tierliste, glaube ich, ziemlich weit unten hinsetzen. Genau, also für mich wäre es Smokeboxen, Alu-Kamin. Alu hat verschiedene Einsatzzwecke, aber ich glaube, das ist zu speziell, jetzt darauf einzugehen. Richtig, sehr spezielle Einsatzzwecke. Man muss genau wissen, was man mit Alufolie macht, damit es mit Alufolie sehr gut funktioniert. Ansonsten haben wir mittlerweile Smokeboxen, die nicht so teuer sind, dass man das ruhig machen kann und jetzt nicht sagt, aus Kostengründen bleibe ich bei Alu. Vor allem auf längere Sicht. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja ein Shisha-Setup, was gut ist, was uns lange hält und da drinnen dann auch hoffentlich noch relativ günstig ist. Gut, Smokeboxen. Zwei grundlegende Kategorien. Ich habe es schon angeschnitten. Es gibt welche aus V2A Edelstahl und es gibt welche aus Aluminium. Was sind für dich die größten Unterschiede zwischen diesen zwei Kategorien? Das muss ich sagen, lässt sich sehr, sehr schwierig beschreiben, weil wir hatten da ja schon mal einen relativ langen Talk drüber, wie es mit der Hitzekurve ist. Und wir sind eigentlich zum Punkt gekommen, dass die Hitzekurve an sich sehr, sehr ähnlich ist. Aber ich würde sagen, dass Edelstahl die Hitze anders übermittelt, anders speichert und auch trotzdem, also gerade wenn ich jetzt wieder einen Onmo rauche, muss ich sagen, eine leicht andere Peak-Hitze hat als ein Alu-HMD. Deswegen würde ich auch sagen, ich kann jetzt mit einem Alu-HMD unproblem in einem Funnel auf Vollkontakt rauchen, weil du nicht diese... Vollkontakt beschreibt übrigens, wenn man mit einem HMD raucht, wie hoch der Tabak ist und wie viel berührt. Also es gibt Abstand, da berührt nichts von der Smokebox den Tabak. Tabak, manche HMDs haben Noppen, Balken, Dinger, die unten rausragen. Wenn nur das den Tabak berührt, dann sagt man eigentlich Noppenkontakt. Oder wenn der Tabak praktisch gar nicht, wenn der HMD praktisch gar nicht mehr auf dem Kopf sitzt, sondern nur auf dem Tabak, dann sagt man Vollkontakt. Das ist eigentlich das, was wir meistens rauchen. Ist am stärksten, aber auch am intensivsten. Genau. Wenn man die Stärke abkann und mit der Hitze gut umgehen kann, kommen wir gleich noch zu, dann ist das ein guter Weg. Ja, und auf jeden Fall kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich benötige jetzt bei einem Setup, in einem Funnel, in Vollkontakt gebaut, nicht diese Peak-Hitze, die mir ein Alu-HMD bietet. Ich persönlich kann es rauchen und rauche es auch hin und wieder ganz gerne. Wäre jetzt in dem Setup nicht nötig gewesen. Aber zum Beispiel, du hast es schon angesprochen, ich rauche ganz gerne Mählauchköpfe. Mählauchköpfe rauche ich aus Prinzip auf Abstand. Das heißt, der Tabak berührt nicht die Smokebox. Und da brauche ich für mich persönlich diese Peak-Hitze, um dieses gleiche Level, was ich ungefähr beim Funnel habe, zu erreichen. Genau, weil je mehr Kontakt dein Heat-Management-Device zum Tabak hat, umso weniger direkte Hitze brauchst du. Genau. Ich hatte gerade noch voll den wichtigen Punkt. Ah, es gibt aber auch Leute, die auch ihre Mählauchköpfe ausschließlich mit Aluhand auslaufen. Ja, auf jeden Fall. Wie zum Beispiel den Aaron von Hukademy. Der sagt, er hat keine Edelstahl-HMDs, er will keine Edelstahl-HMDs und der raucht zu vielleicht sogar 99 Prozent nur mehr Loch. Also da gibt es auch wieder beides. Deswegen habe ich vorhin schon gesagt, das ist so eine Glaubensfrage. Manche Leute sind halt Team Edelstahl, andere Leute sind Team Alu. Am besten probiert ihr beides einmal aus. Ich glaube unter dem Strich, wenn wir wieder versuchen, einfach eine Empfehlung zu geben, die auf die meisten Leute zutreffen wird, Onmo. Onmo, zu 100 Prozent. Eine der günstigsten Smokeboxen, die es gibt mit 25 Euro. Und du kannst mit Aluhandes auch einfach weniger falsch machen als mit Edelstahl-HMDs. Also mit Edelstahl-HMDs zum Kopf zum Überhitzen zu bringen ist sehr einfach. Ja. Mit Aluhandes auch, aber weniger. Aber du kannst es noch leichter retten als mit dem Edelstahl-HMDs. Genau. Also ein bisschen indirekteres Hitzeansprechverhalten könnte man sein. Zumal man dazu auch noch sagen muss, dass es gerade beim Onmo, das ist das perfekte Beispiel eigentlich, dass der Onmo halt diese Balken noch unten hat, wodurch du halt so dieses Balkenkontakt, also dieses Zwischending zwischen Vollkontakt und Abstand bauen kannst, was bei, ich würde sogar sagen, 99 Prozent der Edelstahl-HMDs. Mir fällt kein Edelstahl-HMD, ich würde sogar sagen 100 Prozent. Ich kenne keinen Edelstahl-HMD, der Noppen, Balken oder irgendwas ähnliches hat. Genau. Und dementsprechend ist es dann noch ein bisschen einsteigerfreundlicher, weil man sich langsam in diese Richtung rantasten kann. Und bei Edelstahl-HMD ist es halt friss oder stirb. Also entweder du raust auf Abstand oder du raust eigentlich auf Vollkontakt. Und da würde ich sagen, für die meisten Anfänger ist gerade ein Alu-Smokebox-Setup dann doch ein bisschen besser. Also again, wenn ihr keine Lust habt, euch da krass reinzufuchsen und euch zu überlegen, was könnte besser zu mir passen oder ihr nicht die Möglichkeit habt, das einmal auszutesten, holt den Onmo, 25 Euro, dann passt. Hast du einen Code bei Onmo? Wird Onmo nicht auf der Mose-Seite verkaufen? Also auch, ja. Ich weiß gar nicht, ne, Onmo habe ich glaube ich keinen Code. Ich habe einen Mose-Code. Dann kann ich ja Werbung für meinen Code machen. Ja, das kannst du machen. Also falls ihr euch bei Onmo einen HMD holen wollt, könnt ihr euch den Onmo in den Warenkorb legen. Dann wird euch im Warenkorb schon die Reinigungsbürste angezeigt. Die schmeißt ihr noch mit in den Warenkorb. Dann gebt ihr SWG-HMD ein. Und dann kriegt ihr die Reinigungsbürste noch kostenlos umdrauf. Die kostet glaube ich nochmal 5 oder 6 Euro. Würde man jetzt auch günstiger im Baumarkt kriegen? Keine Frage, aber so ist sie komplett kostenlos dabei. Und Reinigungsbürste ist auf jeden Fall sehr, sehr essentiell. Braucht man sowieso. Braucht man auf jeden Fall. Reinigung, kurz und knapp abgehakt. Smokebox in reines Wasser einlegen. Mindestens eine Stunde, am besten über Nacht. Am nächsten Tag mit der Bürste drüber gehen. Bürste nicht unter Wasser halten. Ansonsten rosten die Borsten und fallen aus. Mit der Bürste ein bisschen drüber gehen. Nochmal mit Wasser abspülen. Abtrocknen, liegen lassen, fertig. Es ist normal, dass weiße Flecken darauf entstehen. Alu oxidiert in Wasser. Das ist zwar nur auf der Oberfläche, aber man sieht das. Außerdem, je nachdem wie viel Kalk im Wasser ist, können da eben auch noch Kalkflecken entstehen. Das ist ein Gebrauchsgegenstand. Der wird nach einer Weile nicht mehr niegelnagelneu aussehen. Da ist dauerhaft Kohle drin. Da ist Tabak dran. Man legt den in Wasser ein. Das ist normal. Macht euch doch nicht verrückt, dass es nichts Schlimmes ist, wenn da ein paar Ablagerungen drauf sind. Abwaschen, direkt abtrocknen kann schon mal helfen. Und dann passt das. Das ist wirklich, wo ich sagen muss, da noch ein Vorteil vom Edelstahl-HMD in dem Fall. Weil da hast du halt nicht so krasse Gebrauchsspuren, würde ich sagen, wie bei einem Alu-HMD. Dadurch, dass da keine Oxidation stattfindet oder sonstiges. Genau. Ja, das auf jeden Fall. Plus kann man auch, glaube ich, sagen. Für mich ist der Reinigungsprozess von Edelstahl und Alu-HMD derselbe. Allerdings musst du bei einem Alu-HMD, sage ich mal, 20 Mal bürsten und bei einem Edelstahl-HMD maybe nur sieben Mal. Also wenn euch das extrem wichtig ist, da 2,8 Sekunden zu sparen, könnte man argumentieren, dass der Edelstahl-HMD leichter zu reinigen ist. Ist für mich persönlich aber kein Argument. Für mich ist der Prozess halt auch derselbe. Und ob ich dann fünfmal oder 15 Mal mit der Bürste drüber gehe, scheiß drauf am Ende des Tages. Aber was ein Punkt ist, und den kann man nicht abstreiten, da gibt es keine andere Meinung, finde ich. Ein Edelstahl-HMD, dadurch, dass er aus Edelstahl ist, macht dem Wasser nichts, macht dem Hitze nichts. Der wird auch nach einer ganzen Weile noch so aussehen, wie am ersten Tag. Den kriegst du immer wieder schön sauber. Bei Alu-HMDs hast du Oxidation. Das sieht nach einer Zeit nicht mehr so supergeil aus. Ich habe damit keine Probleme. Auch der hat ja jetzt schon ein paar Flecken und ein paar Kanten und so. Aber juckt am Ende des Tages nicht. Also wahrscheinlich ist das auch so wenig, dass euch das auf der Kamera niemals aufgefallen wäre. Aber muss man schon fairerweise dazu sagen, Alu-HMDs sehen nach der Zeit gebraucht aus. Und Edelstahl-HMDs können auch nach einer ganzen Weile noch absolut hervorragend aussehen. Genau. Also wenn wir einfach eine Empfehlung aussprechen sollen, onmo-hmd auf onmo-shisha.de mit Code SWG-HMD. Bürste noch mit dem Warenkorb legen, dann Code eingeben. Dann kriegt ihr die kostenlos obendrauf. Dann haben wir jetzt Kopf und HMD abgehakt. Aber eine HMD ist ja zum Hitze-Managen. Genau. Wo kommt denn die Hitze her? Ich würde sagen von der Kohle. Kohle? Holzkohle? Bambuskohle? Ja, Holzkohle. Was würdest du da empfehlen? Ich benutze immer zu Hause Holzkohle. Hat am geilsten Geschmack. Die großen Packungen da, weißt du. Die zum Grillen aus dem Baumarkt. Ja, genau. Bricketts oder wirklich Holzkohle-Stücke? Nee, richtige Holzkohle-Stücke. Das gibt nochmal dieses gewisse Aroma mit, weißt du. Alex raucht am liebsten Birke Traube. Nee, Spaß beiseite. Es gibt natürlich Selbstzynnerkohlen, die auf keinen Fall benutzen. Die haben eine ekelhafte Chemieschicht. Das wird A, nicht gesund sein. Und B, schmeckt es auch einfach scheiße. Also, falls ihr noch Freunde habt, die das benutzen, klatscht die um. Ballert dem einfach eine. Entwickelt eine Selbstzynnerkohle genug Hitze für ein HMD? Ich habe es nicht probiert. Ich werde es nicht probieren. Es könnte eigentlich so für Moe und Marfen Gefahr wäre das eigentlich ein ganz... Oder nicht. Nee, ist auch zu unspannend für Moe und Marfen Gefahr. Ja. Die beste Kohle im Shisha-Bereich ist Kokosnusskohle. Da gibt es mittlerweile sehr viele Hersteller. Zur Kohle kann man kurzum sagen, nehmt irgendeine von den Esstierkohlen. Und da gibt es einige, wir werden gleich noch ein paar nennen. Und solange die für euch gut ist, bleibt einfach dabei. Bleibt einfach dabei. Wenn du viel rauchst, zieh dir 20 Euro, wenn du sie... 20 Euro, zieh dir 20 Kilo, wenn du sie irgendwo in einem bestmöglichen Angebot findest. Ich sage mal, das perfekte Angebot wäre so ein Fuffi für 20 Kilo. Das ist aber mittlerweile sehr, sehr selten. Das war früher ab und zu. Aber wenn du jetzt so für 60, 70 Euro 20 Kilo von der guten Kohle kriegst, einfach rein da. Einfach rein da. Hast du einmal 20 Kilo Kohle da, je nachdem wie viel du raust, reicht dir das ewig. Ja. Gute Kohle Marken, was wird dir einfallen? Also ich bin jetzt bei Coco Loco, da werde ich auch gleich noch ein paar Worte drüber verlieren. Ich persönlich bin bei Coco, Coco Bration. Ich persönlich bin noch bei RS Coco. RS Coco. Da bin ich auch sehr, sehr happy mit. Genau, da hast du Black Coco, Coco Bration. Ich würde noch Tom Coco reinwerfen. Ja, war ich zum Schluss nicht mehr so happy mit. Stimmt. Also wenn ich jetzt nicht im S-Tier, aber schon in A-Tier. Also das Zweitbeste. Genau. Und One Nation vielleicht noch. One Nation war auch immer gut. True. One Nation auch gute Auswahl an verschiedenen Kohlen. Absolut. Ja. Hol dir davon einfach ein Kilo. Wenn du merkst, aus dem Shop, das Kilo war gut, versuch dir 20 Kilo im Angebot zu ziehen. Aber, Freunde, Kohle ist ein Naturprodukt. Vor allem ein sehr undankbares Naturprodukt. Da kann mal irgendwie in Indonesien, also 99 Prozent der Kokosnusskohle, die in Deutschland als Shisha-Kohle verkauft wird, kommt aus Indonesien. Da sind halt die ganzen Kohlewerke. Das ist ein Naturprodukt. Und dementsprechend kann das mal passieren, dass es viel in Indonesien regnet, der Container ist ein bisschen undischt oder beim Verschiffen ist besonders viel Wellengang oder der Keller, in dem die Stand ist, ein bisschen feucht oder, oder, oder. Es gibt so viele Faktoren, die euch ein Kilo Kohle mal versauen können. Wodran erkennt man überhaupt, dass Kohle versaut ist? Entweder die geht dir komplett aus oder sie bricht andauernd oder sie stinkt wirklich geisteskrank. Das Stinken würde ich gar nicht mal so krass in den Vordergrund stellen. Ein wenig Stinken ist normal, aber es gibt auch Kohle, die obviously eine Fehlproduktion ist. Das stimmt, aber... Kurz, woher kommt das Stinken? Von der Kohle. Das kommt von der Stärke, die benutzt wird. Stärke ist ein Bindemittel. Als Bindemittel wird da Tapioca benutzt. Und je mehr Tapioca in einer Kohle drin ist, umso mehr stinkt sie beim Anmachen. Das heißt, wenn eure Kohle stinkt beim Anmachen, ist das kein Zeichen einer schlechten Kohle. Im Gegenteil. Das kann sogar ein Zeichen dafür sein, dass es eine besonders stabile Kohle ist. Doch, ich denke schon. Das heißt, per se ist das nicht schlecht, wenn eure Kohle stinkt beim Anmachen. Speaking of Kohle anmachen, please, for the love of God, macht eure Kohle draußen an. Oder wenn das absolut keine Option ist, dann lüftet dabei ordentlich. Das Schlimmste am Shisha-Rauchen, was passieren kann, ist eine Kohlenmonoxid-Vergiftung. Und die entsteht vor allem beim Anmachen von Kohle. Und deswegen, wenn ihr drinnen anmachen müsst, weil es wirklich nicht anders geht, Hauptsache... Frische Luft. ...immens viel frische Luft und immens viel Lüften. Ja. Ja, ich muss ja auch... Das ist wirklich krass, weil zum Beispiel ich mache auch meine Kohle bei uns in der Garage an. Und teilweise, mein Zimmer ist direkt oberhalb der Garage. Ich rieche die manchmal sogar, wenn ich mein Zimmer im Kopf brauche. Glaube ich dir. Das ist wirklich hart. Ja. Deswegen, also Kohlenmonoxid-Vergiftung ist auch echt nicht geil. Nee. Macht gar keinen Spaß. Deswegen auf jeden Fall gucken, dass ihr da genug frische Luft habt. Das geht von euch ist übel bis hin zu Ohnmacht. Und in den allerschlimmsten Fällen, zum Glück nicht im Shisha-Bereich, aber man hört es immer wieder, Familie schläft vorm Kamin ein, alle tot. Also Kohlenmonoxid-Vergiftung im schlimmsten Fall auf jeden Fall tödlich. Im Shisha-Bereich bleibt es meistens bei Kopfschmerzen für ein, zwei Tage und ein bisschen Übelkeit und ein bisschen Schwindel oder so. Aber auch das wäre ja sehr schön, wenn man das verhindern kann. Ich wollte gerade sagen, jetzt will ich auch gar nicht runterreden, weil Kohlenmonoxid-Kopfschmerzen, ich hatte das einst einmal, das ist wirklich hart ekelhaft. Bestes Beispiel ist Ali Who Case. Wenn du mit Ali Pfeife raus und machst Kohle drinnen an, der ist die nächsten drei Tage tot. Ernsthaft? Ja. Krass. Hat er mir mal erzählt, wenn der drinnen Kohle anmacht, der ist Game Over. Der kassiert instant Kopfschmerzen. Heftig. Also Migräne-like Kopfschmerzen. Gut. Also Kohle da anmachen, wo ihr gut lüften könnt, im besten Fall immer draußen machen. Das machst du so, gut in der Garage, aber zumindest nicht in dem Raum, wo du bist oder auch nicht im Haus. Ich habe zum Glück den Vorteil, dass ich breite Fensterbänke habe, sowohl im Büro hier, als auch bei mir zu Hause. Das heißt, ich kann meinen Kohleanzünder einfach raus aufs Fensterbrett stellen, passt da aber enorm auf. Es gibt wie viele Leute, die sich schon das Fenster damit gesprengt haben? Also den heißen Kohleanzündern. Aber ich habe es mit einem Kumpel auch schon mal gemacht. Du das Fenster gesprengt? Ja. Ach nee. Da sind wir zum Kumpel, wollten da Pfeife rauchen. Der ist neu eingezogen bei sich. So eine ganz große Balkonfensterfront. Oder eine Riesenscheibe oder was? Riesenscheibe, wir haben nicht aufgepasst. Und dann ist die Tür so langsam dichter zum Kohleanzünder gewandert. Auf einmal hast du so krrk. Und dann gucken wir so hin und dann unten rechts ist da einfach so ein richtig schöner Rest drin. Ja. Weißt du, was das gekostet hat? Nee, weiß nicht. Ich war wahrscheinlich über die Haftpflicht. Ja, war über Versicherung, ja. Aber es hätte ja sein können, dass du mal die Summe erfahren hast. Nee, ich weiß nicht. Das wäre auf jeden Fall ein sehr teurer Shisha-Kopf. Ja. Ja. Deswegen, wenn das bei euch geht, dann macht das ruhig. Aber passt auf jeden Fall sehr gut auf, dass euer Fenster nicht zu heiß wird. Ansonsten passiert genau das, was uns der Alex gerade erzählt hat. Und das wäre scheiße. Ja. Ja. Genau. Kokoskohle. Eine der bekannten Marken nehmen. Ich habe jetzt zum Beispiel Kokoloko. Kokoloko ist jetzt offiziell mein neuer Kohlesponsor. Ich habe die Kohle vorher ausführlich getestet, habe mir verschiedene Kilos von verschiedenen Shops geholt und aus verschiedenen Chargen geholt, habe mich da durchgetestet, habe ehrlich gesagt keinen Unterschied zu Black Kokos herausgefunden und das ist eigentlich sehr großes Lob. Und deswegen bin ich sehr froh, dass die mich jetzt ordentlich mit Kohle versorgen. Und kann ich euch auch ans Herz legen. Ich habe sie getestet, ich bin happy mit. Wenn die scheiße wäre, würde ich garantiert nicht jeden Tag damit rauchen. Also falls ihr irgendeine Kohlemarke sucht, dann vertraut mir oder du sagst RS-Koko. Ich sage RS-Koko, aber auch vor allem wegen einem Grund, weil die haben eine sehr, sehr coole 27er Kohlen, die auch wirklich gut Hitze abgeben. Das ist halt auch wieder ein Punkt, es gibt Kohle in verschiedenen Größenarten. Und Form. Und Form. Also ich glaube Form, also ich würde euch einfach empfehlen, nehmt einfach die viereckigen Würfel. Die normalen Cubes, ja. Macht ihr einfach überhaupt nichts Falsches, passt für jedes Setup. Um es kurz anzuschneiden, in Brasilien ist es zum Beispiel gang und gäbe mit Hexagon-Kohle zu rauchen. Also eine Sechskant-Kohle, die in die Länge gezogen ist. In Spanien werden auch Cubes genommen, in Amerika auch, aber da teilweise kleinere Cubes. Die rauchen teilweise mit 22er oder 23er Kohle. Die haben jetzt die XXL-Cubes bei Hooker John. Weißt du, wie groß die XXL-Cubes in Amerika sind? 26. Was bei uns die normale Kohlegröße ist. Früher gab es immer 25er Kohle, dann kam irgendwann Black Coco auf den Markt, hatte 26. 27er, das kam so gut an, dass mittlerweile fast jede Kohlemarke nur noch 26er Kohlen hat, mit ein paar Ausnahmen von 27er Kohlen. Ich persönlich muss sagen, 27er Kohle ist für mich nichts, aus mehreren Gründen. Grund eins, die Hitze von zwei 26er Kohlen in meinem HMD reicht mir. Grund zwei, ich mache meine Kohle auf der Shisha-Turbine an. Die Shisha-Turbine ist ein maßlos überteuerter, aber sehr geiler Kohleanzünder. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde mir heute keinen mehr kaufen. Die kostet mittlerweile mit Booster 140 Euro. Das für einen Kohleanzünder, das tut schon wirklich weh. Die sind auch mehrere verreckt, deswegen hast du keine mehr. Ich habe noch welche und ich bin auch happy mit. Und solange die funktionieren, benutze ich die auch liebend gerne weiter. Der Vorteil davon ist, da hast du noch einen Lüfter drin, deswegen ist die Kohle ein bisschen schneller an. Und dadurch, dass die Kohle schneller angeht, verliert die Kohle auch weniger Größe im Entzündungsvorgang, was bei mir unterm Strich bedeutet, zwei 27er von der Turbine würde ich nicht in den Omro bekommen. Wenn ich die zum perfekten Zeitpunkt von der Turbine nehme, passen gerade so zwei 26er immer ein Anzünder. Man könnte also argumentieren, wenn du 26er Kohle mit der Turbine anmachst, hast du 25er. Wenn du 27er Kohle mit einem langsamen Kohleanzünder anmachst, hast du ebenfalls 25er. Ja genau, es kommt halt immer drauf an, wie ihr drauf guckt, wie ihr die Kohle runternehmt. Bei mir ist zum Beispiel so, ich habe 27er, ich lege die auf dem Kohleanzünder drauf, baue während das ist mein Kopf und so nach einer Viertelstunde meistens hole ich den einfach runter, habe noch so ein kleines Aluhütchen, das heißt ich muss die auch nicht großartig drehen und dann passen zwei 27er bei mir perfekt. Dass du ein Aluhütchen hast, wussten wir schon lange. Und dann passen die zwei 27er, die zwei Roh 27er auch bei mir perfekt in den Edelstahl-HMD. Ich würde auch sagen, es sind dann so irgendwas zwischen 25 und 26 und ich persönlich bin halt wirklich Fan von viel Hitze. Der Alex, muss man auch kurz nochmal sagen, raucht definitiv High Heat. Also so wie der Alex seine Köpfe raucht, würden die meisten Leute nicht ihre Köpfe rauchen. Heißt nicht, dass das falsch ist, ich würde es nicht wieder runterspielen, so wie es der Emmett immer macht mit dir. Es heißt, der Alex hat den Weg gefunden, wie er seine Köpfe rauchen will. Ich will euch aber nur sagen, so wie der Alex raucht, rauchen die meisten Leute. Die meisten Leute nicht. Gerade zum Beispiel für Mehrloch-Kopf-Setups, wenn ich wirklich sage, ich will diese Hitze haben für Abstand und der Kopf soll lange durchhalten, dann bin ich doch sehr, sehr happy mit den 27er. Aber ich glaube auch, so wenn wir jetzt wieder runterbrechen müssten und sagen müssen, die Kohle würde ich euch empfehlen, dann würde ich auf jeden Fall eine 26er-Variante wählen. Und da haben wir euch ja die Marken genannt. Wie gesagt, guckt, wo ihr irgendwas davon im Angebot findet oder verlasst euch einfach blind. Wenn ihr 26er wollt, holt euch die Coco Loco, die ich benutze. Wenn ihr 27er ausprobieren wollt, dann probiert die RS 27er. RS Coco 27er so rum. Und am Ende des Tages, wie gesagt, Kohle ist ein leidiges Thema. Fragst du 100 Leute, hast du 100 verschiedene Meinungen. Das ist... Jeder kann mal eine schlechte Charge treffen. Ganz wichtig. Ist einfach so. Das ist weder bei RS Coco noch bei Coco Loco ausgeschlossen. Da sind zu viele Variablen in der Kette, bis die Kohle bei euch ist, als dass man da immer garantieren kann, dass eine Kohlemarke gut ist. Das ist einfach was, da muss man dann irgendwann seine Erfahrung mitmachen. Kohle ist auch ein leidiges Thema. Weil Kohle ist nie geil. Kohle ist immer nur okay oder scheiße. Ja, also Kohle ist gut, wenn sie funktioniert. Das ist halt das Ding. Wenn sie nicht scheiße ist. Genau, ja. Deswegen aber... Es ist jetzt nicht so, als ob du die eine gute 26er hättest oder eine andere gute 26er und die eine löst dir totale Begeisterung aus und die andere nicht. Ja, genau. Solange die funktioniert, ist es okay. Ja. Punkt. Ne? Coco Loco 26er, RS Coco 27er, je nachdem, was ihr probieren möchtet. Je nachdem, welchen Kohleanzünder ihr vielleicht auch habt, könnt ihr euch da entscheiden. So, und dann haben wir die Hitze. Und dann kommen wir noch zu einem Thema, das mit der Grundbestandteil der ganzen Shisha-Szene ist, der Shisha-Tabak. Ja. Also, ich habe letztens, was würdest du schätzen, wie viele Virginia-Marken gibt es in Deutschland? Sind das A unter 30, B unter 60, C unter 80 oder D über 80? Ich würde sagen, über 80. Mist, ich hätte höher pokern sollen. Es sind tatsächlich über 100. Ja. 100 verschiedene Marken, nicht Sorten, sondern Marken, die dann alle nochmal verschiedene Sorten haben. Das heißt, ich glaube, man kann gut und gerne behaupten, dass wir über 500 verschiedene Tabaksorten nur Virginia in Deutschland haben. Das ist wirklich geisteskrank. Ich habe letztens eine Abstimmung gemacht, welche Virginia-Marken die Leute am interessantesten finden. Da werde ich auch noch Content zu machen. Aber da sind wir beim Aufschreiben von den Marken, war ich irgendwann so, holy shit, hört das überhaupt irgendwann mal auf. Also das war wirklich geisteskrank. Und es gibt über 100 Virginia-Marken in Deutschland. Wo fangen wir am besten an bei Tabak? Grundunterteilung, Virginia und Dark Blend. Was ist Dark Blend? Es gibt keine Definition für Dark Blend. Dark Blend beschreibt meistens einen Tabak, der dunkler ist als Virginia, meistens auf Rohrzuckermolasse ist, aber auch nicht immer. Was aber meistens der Fall ist, mehr Nikotin. Das heißt, stärker, wenn ihr wenig raucht, wird euch dabei wahrscheinlich ein bisschen schwindelig, vielleicht sogar ein bisschen schlecht, schwummrig, sowas in die Richtung. Für Leute, die das mögen, geil. Ja, das ist für die Grundunterteilung. Man kann es ja vielleicht auch einfach runterbrechen, vom Namen her vielleicht noch. Und zwar Dark, also dunkler Tabak, Virginia-Tabak ist in der Regel hell, Dark Blend. Wobei es auch Dark Blend gibt, der mit ungewaschenem Virginia ist. Also ich glaube, wir müssen sogar noch weiter unten anfangen. Okay. Tabak ist eine Pflanze. Ja. Grundlegend. Pflanzen haben verschiedene Pflanzenarten oder Gattung. Ich weiß nicht, wie der botanische Fachbegriff für eine Unterart und Pflanze ist. Auf jeden Fall gibt es unter anderem die Pflanze Virginia. Es gibt die Pflanze Burley. Es gibt Cavendish. Orient. Orient. Und viele andere, aber im Shisha-Bereich, most common könnte man sagen, ist Virginia. Auf jeden Fall. Oder Burley. Ja. Und da kann man weiter sagen, der meiste Blondleaf, Virginia-Tabak ist halt eben Virginia-Tabak. Aber der meiste Dark Blend, da wäre es ja vom Namen her nicht ersichtlich, ist Burley. Ja. Ja. Wobei man, das wäre nämlich der nächste Punkt, wo ich hingekommen wäre. Plant beschreibt ja im Endeffekt, also ein Plant. Also Blend, also Plant, nicht die Pflanze, sondern B-L-E-N-D, ist ja im Endeffekt die Mischung. Eine Tabakmischung, weil häufig Dark Blend eine Mischung aus verschiedenen Tabakarten, also Tabakpflanzen ist. Da kann Virginia drin sein, da kann auch ein Teil Burley drin sein. Es kann aber auch sein, dass es pur Burley ist. Also da gibt es verschiedene Unterteilungen. Deswegen ist auch nicht jeder Dark Blend gleich stark oder hat die gleiche Grundtabak-Aromatik, sage ich mal. Sondern die unterscheiden sich um weitestgehend mehr als ein typischer Plondleaf-Virginia-Tabak, weil da hauptsächlich nur Virginia genutzt wird. Genau. Aber es gibt natürlich immer noch verschiedene Qualitätsstufen, verschiedene Anbaugebiete. Beispielsweise benutzt Must-Have sieben verschiedene Burley-Sorten in ihrem Burley-Blend. Was dann am Ende des Tages den eigenen Grundtabak-Geschmack von Must-Have ausmacht. Bei Dark Side ist es zum Beispiel so, dass die Base-Variante, die eigentlich schwächer ist, aus purem Burley besteht. Die Core-Variante aber noch ungewaschenen Virginia mit drin hat. Also ihr merkt schon, wenn man über Tabak redet, kann man sich sehr, sehr schnell in den Tiefen davon verlieren. Grundlegend kann man aber sagen, Dark Blend stärker, Virginia schwächer. Wenn ihr noch nicht so lange Pfeife raucht und dementsprechend nicht so viel Nikotin haben wollt, nehmt auf jeden Fall Virginia. Falls ihr dann mal so einen Kopf jeden Tag gut wegsteckt und da an der Stelle nochmal ein kleiner Disclaimer. Nikotinsucht und Nikotintoleranz ist nichts, womit man angeben sollte. Wenn wir sagen, ich brauche jetzt einen puren Kopf Burley, dann solltet ihr euch höchstens denken, oh ha, der Shisha sucht die, aber nicht, oh ha, das ist ja so cool, so will ich auch einmal sein. Nein, das ist Suchtverhalten, das ist Suchtverhalten, Freunde. Ihr seid nicht cooler, wenn ihr mehr Burley rauchen könnt. Wenn eure Freunde da mit irgendwelchen Schwanzvergleichen anfangen, nicht, oh Gott. Oh Gott, was habe ich getan? Wenn eure Freunde da mit irgendwelchen Schwanzvergleichen anfangen, dann ballert dem einfach einer und sagt, du bist ein dummer Kopf. Ja, vor allem, ich verstehe das auch nicht, weil Shisha soll ja Spaß machen. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele Storys von Ümmelt aus dem Homera, wo die Leute sagen so, boah, ich bin heute richtig cool, ich rauche heute einen puren Kopf Tengias. Und dann siehst du die, wie die dann irgendwie nach 10 Minuten auf der Couch zusammenklappen und dann erstmal rausgehen müssen. Aber selbst wenn nicht, du bist nicht cooler, wenn du ein Tengias rauchen kannst. Digga, das ist genau dasselbe Verhalten wie beim Alkohol. Boah, ich habe 18 Bier getrunken. Aber ich habe 19 getrunken, ich bin cooler. Also halt dein Maul, Alter, ihr seid beide alkoholabhängige Bastarde. Ja, aber das ist genau dasselbe Storys Verhalten. Natürlich. Also, long story short, Burly hat schon Vorteile. Es gibt Aromen, die einfach unerreicht sind im Bereich Virginia. Ja. Und auch an sich sind das Geschmacksprofile, die du mit einem Virginia-Tabak nicht hinbekommen wirst. Genau. Mit einem Burly-Tabak hast du viel mehr Charakteristik von der Pflanze selbst, also von dem Grundtabakgeschmack mit drin. Virginia ist meistens sehr neutral, Tendenzen in so eine leicht süßliche Richtung. Ja, man muss halt auch, das ist vielleicht auch ein Thema, wo man vielleicht nochmal drauf eingehen kann. Man muss dazu sagen, dass wenn ihr euch einen Darkplant kauft, in den meisten Fällen habt ihr dann noch so eine gewisse Grundtabak-Aromatik mit drin, was ihr beim Virginia nicht wirklich rausschmeckt. Also, Virginia ist eigentlich wirklich, wenn du sagst, okay, ich hole mir jetzt eine Traube, dann wirst du auch eine hundertprozentige Traube haben. Bei, ähm... Mit ganz minimalen Tabak-Noten. Genau. Aber bei Darkplant ist es wirklich so, dass ich sagen muss, dass da wirklich eine gewisse Grundaromatik, egal wie ihr den Kopf baut, werdet ihr mit drin haben. Also, ihr werdet dann... Das ist halt der Tabak dann von der Marke X. Ja. Weil die verschiedenen Grundtabak-Aromatiken sich auch fast nie edeln, würde ich sagen. Also, die haben alle eine unterschiedliche Note. Genau. Aber das macht den Tabak dann auch irgendwie aus. Absolut. Absolut. Also, man könnte argumentieren, Darkplant ist so eine Art Acquired Taste. Es geht schon sehr in die Richtung Geschmackspräferenzen. Der eine sagt, mir gefällt der Grundtabak-Geschmack von Must-Have sehr gut. Andere sagen, ich mag den gar nicht. Ich finde den von Darkside viel, viel besser. Ja. Da muss man einfach rausfinden, was einem persönlich gefällt. Genau. Aber wenn ihr jetzt wieder einfach nur irgendeine Empfehlung hören wollt, weil ihr nicht wisst, was los ist, dann in Deutschland sind zu 98% vom Tabak auf dem Markt ist Virginia Tabak. Darkplant gibt es sehr, sehr wenig in Deutschland. Da würde es geben Blackburn, Nash, Kismet. Kann man drüber argumentieren, ob es ein Darkplant ist oder nicht. Aber ich würde es eher zu Darkplant zählen als zu Virginia. Es gibt Blaze, es gibt hoffentlich bei Tangiers. Was habe ich noch vergessen? Darkside, Must-Have, Blackburn, Nash, Blaze. Ja, Must-Have kann man leider eigentlich schon wieder rauszählen. Können wir die nächste Special-Folge drüber machen. Was ist mit Must-Have los? Schwierig. Traurig eher. Traurig. Ja, aber Darkplant gibt es nicht viele. Virginia fangen wir jetzt gar nicht an aufzuzählen, weil da gibt es, wie gesagt, weit über 100. Wenn ihr irgendeine Empfehlung hören wollt, meiner Meinung nach, Focke Life, Holster, Loyal, Aino. Im Moment meine meistgenutzten Virginia-Marken. Ja, Aino, Aino, brauche ich nicht so viel, muss ich sagen. Aber ich habe jetzt den Overload für mich gefunden. Die Dose war weg. Was ist der Overload? Blackberry, Clementine, Lemon und, ich vergesse immer eins, noch was. Ich glaube, Ice, maybe sogar einfach. Okay, hört ja eigentlich ganz geil an. Ja, der ist auch geil. Das ist doch geil. Aber ich brauche auch wieder eine neue Dose. Das ist schon wieder leer. Das glaube ich. Loyal, Kimatra, auch schon wieder leer. Wofür steht das Ma in Kimatra? Das ist Kiwi, Maracuja, Traube. Ich habe gesagt, da ist Mango. Und ich habe auch geglaubt, da ist Mango. Ich habe wirklich geglaubt, da ist Mango. Echt? Ja, for real. Nee, ist Maracuja. Ja. Hat einer in meinem Top-Ten-Video kommentiert. Hat er recht. Habe ich reingeschissen. Ja, kann ich mir anders sagen. Habe ich reingeschissen. Passiert. Aber nichtsdestotrotz finde ich den Tabacal super lecker und der hat den Platz in meinem Ranking trotzdem verdient. Ob das jetzt am Ende des Tages eine Mango oder eine Maracuja ist, ist wichtig, aber nicht ausschlaggebend für die Platzierung. Ausschlaggebend für die Platzierung ist, schmeckt oder schmeckt nicht. Ich muss sagen, ich bin Mavama-Fan. Mavama? Ja. Mango? Vanille? Ach, Mafama. Ja, genau. Okay. Ich war eben so, wo steht denn B.A.? Watermelon? Nee, nee. Also, genau. Ich glaube, mir wird ansonsten noch Aquamenta eingefallen. Aquamenta bin ich momentan mit dem Kaktus-Splash ganz happy. Bei den 100 Marken sind mit Sicherheit noch viele dabei, die wir jetzt nicht aufzählen, die trotzdem sehr, sehr geil sind. Das wären jetzt die, die ich im Moment viel rauche und ich viel empfehlen kann. Ich weiß nicht, du hast gesagt, bei dir noch Aquamenta mit dazu. Genau, Aquamenta. Also, ich muss sagen, ich war nie ein riesengroßer Fan von diesem Löwenherz, von Almasiva. Momentan läuft der bei mir wirklich echt häufig. Also, bei mir, alle aus dem Haus, Banger, Massiv und Moos, hat sich keiner durchgesetzt. Echt nicht? Nee. Also, ich bin beim Löwenherz hingeblieben irgendwie und meine Freundin ist bei dem... Was ist denn das genau? Ich kann dir nicht sagen, was du bist. Nee, ich auch nicht. Ja. Und bei meiner Freundin, der Pink King von Moos. Okay. Ist halt babsüß, bärig. Ja, okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Jo. Aber es gibt auf jeden Fall unendlich viele Virginia-Marken. Definitiv. Einfach mal gucken, was sagt euch zu von der Grundzusammenstellung im Endeffekt. Shoutout an die Tabak-Reviews. Jetzt gar nicht mal nur an meine, aber guckt euch. Wenn euch ein Tabak interessiert und ihr denkt, ach, das klingt ja eigentlich ganz lecker, guckt auf YouTube, ob es da für ein Tabak-Review gibt. Ja. Wenn ihr einen Tabak-Reviewer habt, ob ich das bin oder ob das andere sind, wenn ihr merkt, euer Tabak-Geschmack übereinstimmt, sehr, sehr übereinstimmt? Stimmt, damit ist es überein. Ja, aber kann man übereinstimmt benutzen? Habe ich es so noch nie gehört. Ich auch nicht. Anyway, wenn ihr merkt, der Tabak-Geschmack von mir und von ihm stimmt sehr oft überein und der sagt, der nächste Tabak ist auch geil, maybe probiert es einfach. Ihr werdet da sehr schnell merken, ob euer Geschmack mit dem übereinstimmt, ob ihr einen anderen Geschmack habt. Wie gesagt, ob ich das bin oder ob jemand anderes das ist. guckt einfach die YouTube-Tabak-Reviews. Gab es früher auch mehr auf Insta? Mittlerweile gar nicht. Macht eigentlich keiner mehr auf Insta. Nee, nicht mehr wirklich. Also was ich halt mache, ist halt meine Mischungen. Aber gut, das wäre dann der nächste Step. Genau. Mixology. Können wir vielleicht kurz anschneiden, aber für so ein Video ein bisschen irrelevant. Aber kann man Tabak mixen? Ja. Ist das geil? Ja. Gut. 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 Man muss aber fairerweise sagen, dass es in Deutschland mittlerweile sehr viele Tabak-Mixe gibt, wie zum Beispiel den Eino, den ich gerade angesprochen habe, ist ja schon ein Mix aus vier Sorten. Es gibt andere Kulturen, da ist es verbreiteter, dass es Single-Flavor gibt. Also ein Birne ist einfach nur ein Birne. In Deutschland hast du dann bei Birne immer noch direkt eine Grapefruit-Note und so eine Note und diese und das noch dabei. Und da gibt es ja auch verschiedene Präferenzen. Also man muss ja auch dazu sagen, ich glaube, da sind wir beide auch wieder das perfekte Beispiel. Du bist ja eher Team, ich mische gar nicht bis hin zu, ich mische... Gar nicht mehr. Echt? Ich kann ja nicht sagen, weil ich letztes Mal eine Sorte Puh geraucht habe. Krass. Früher war es ja eigentlich immer so, dass du sagst, ich mische maximal zwei Sorten zusammen. Ja, aber gar nicht mehr. Also ich mische immer noch nicht exzessiv viele Sorten untereinander. Also das, ich sage mal, zu 90 Prozent habe ich zwei oder drei Sorten drin. Okay. Und die letzten zehn Prozent teilen sich dann, ne, sind eigentlich vier Sorten und mehr als vier eigentlich fast nicht. Ja, bei mir ist ja auch so, drei bis vier ist eigentlich so Standard bei mir. Und bei mir eher so zwei bis drei, also ein bisschen weniger. Genau, aber wenn man jetzt, auch wenn es sehr, sehr viel Virginie-Tabak gibt, wird vielleicht irgendwann der Punkt kommen, wo ihr so ein paar Favoriten von euch gefunden habt, aber euch das pur eben zu langweilig ist. Und wenn ihr dann zum Beispiel einen Kiwi-Tabak habt, dann ist es noch sehr geil, eine Traube dazu zu mixen. Oder bei einem, weiß ich nicht, saurem Tabak mixst du noch ein bisschen Pinkman dazu, der dann sehr süß ist. Ja. Und so öffnet sich, also ich sage mal, wenn du aus diesen, gehen wir mal davon aus, es gibt 500 Virginia-Sorten. Wenn du die dann durch hast und das wird dir langweilig oder du hast deine Favoriten gefunden, eröffnet dir das halt nochmal super viele Möglichkeiten, wenn du den Tabak untereinander mischst. Genau. Also, deswegen ist das sehr, sehr geil. Genau. Also, Tabakempfehlung. Wir haben euch die Marken genannt, die wir aktuell gerne rauchen und wahrscheinlich am besten erstmal mit Virginia anfangen. Wenn ihr regelmäßig Virginia raucht und euch das Nikotin gar nichts mehr macht, könntet ihr anfangen, ein kleines bisschen Darkblend dazu zu mixen. Macht das Step by Step. Das heißt erstmal 90% Virginia, 10% Darkblend, dann vielleicht mal 20%, vielleicht 30%, vielleicht 40%. Aber seid euch auch darüber im Klaren, dass der höhere Nikotinanteil in Darkblend auch eure Nikotintoleranz und damit euer Suchtverhalten, was Tabak angeht, steigern wird. Eine Nikotinsucht ist nichts Schönes. Ich habe jetzt letztens aufgehört zu vapen und kann sagen, das war scheiße. Das war wirklich nicht schön. Ja, aber ich bin jetzt anderthalb Wochen vapefrei. Sehr krass. Sehr krass. Ich werde aber auch, also wenn irgendwie eine Reise ansteht oder eine lange Autofahrt, werde ich schon mal wieder auf die Vape zurückgreifen. Ich hatte die Vape eigentlich nur als Ersatz, wenn ich keine Pfeife rauchen kann, war aber am Ende des Tages fast mehr an der Vape als an der Shisha und das wollte ich nie. Ja. Und deswegen war das so. Gut. Ich glaube, wir haben alles durch. Ich glaube auch, also vielleicht noch ganz kurzer Disclaimer an der Stelle. in Sachen Kopfbau. Guckt euch einfach bei Marv Videos an, guckt euch bei mir Videos an und am Ende ist es üben, üben, üben. Weil da könnt ihr nicht vom Tutorial direkt drauf schließen, dass ihr dann den perfekten Kopf baut. Das kann mal schief gehen. Das wird vielleicht auch zweimal schief gehen. Das wird aber irgendwann funktionieren. Genau. Muss man dranbleiben. Das ist wie so vieles Übungssache. Auch wenn du dir vorher wie viele Tutorials anguckst, wie man auf einem Snowboard am besten den Berg runterkommt. Wenn du selbst draufstehst, ist das was ganz anderes. Und das wirkt sehr banal, wenn man das so sagt beim Kopfball, weil man denkt, du nimmst dir halt eine Gabel oder so, schaufelst den Tabak da rein, verteilst den ein bisschen und gut ist. Und das wirkt auch so. Aber wenn man dann mal als, ich sag mal, Profi, dann Leute sieht, die zum ersten Mal Köpfe bauen, sieht man halt sehr, sehr schnell, dass das nicht so selbstverständlich ist, wie wir das oft ansehen. Deswegen macht euch nicht verrückt. Guckt euch Videos an, sei es auf Insta, auf YouTube, wo auch immer, von wem auch immer. Probiert euch aus. Bleibt dran. Ja. Einfaches Fehler aus Märzen ist angesagt. Der beste Tipp, den ich euch geben kann, wenn eure Köpfe nicht laufen, baut mal höher, mal niedriger, mal angepresster, mal fluffiger, mal mehr Hitze, mal weniger Hitze und dann werdet ihr schon merken, in welche Richtung ihr euch da entwickeln müsst, damit es am Ende des Tages besser funktionieren wird. Genau. Ich würde sagen, wir fassen noch einmal alles zusammen. Shisha, relativ unwichtig. Mindestmaß an Durchzug, Qualität sollte gut sein, sodass sie mehr als drei Tage hält und dicht muss sie sein. Kleiner Tipp noch für Dichtigkeit von einer Pfeife. Wenn ihr überprüfen wollt, ob eure Pfeife wirklich dicht ist, gibt es einen ganz einfachen Trick. Da, wo der Kopf draufkommt, auf den Kopfadapter, das haltet ihr oben zu und versucht an eurer Pfeife zu ziehen. Im Optimalfall könnt ihr nicht ziehen. Wenn ihr ziehen könnt, ist eure Pfeife undicht, dann müsst ihr rausfinden, warum und müsst den Fehler beheben. Größter Fehlerpunkt, Kugeln, die in der Base sitzen. Das zu der Pfeife. Köpfe für Anfänger wahrscheinlich erstmal besser geeignet, vor allem, wenn ihr Virginia rauchen wollt. Ein Funnelkopf als Aufsatz. Ein Alu-HMD, wie wir gerade schon gesagt haben. Wir würden empfehlen den On-Mu-HMD, weil er einfach von der Preis-Leistung her am besten ist und Kohle auch für Anfänger, würde ich sagen, 26er, macht ihr am wenigsten mit falsch und wenn ihr sagt, ihr wollt das steigern, könnt ihr immer noch auf eine 27er zurückgreifen. Genau. Und ansonsten heißt es ausprobieren. Das ist Geschmackssache und da müsst ihr einfach finden, was für euren Geschmack das beste Setup ist. Yes. Aber mit dem Input, mit den Tipps und Tricks, solltet ihr das hoffentlich schnell rausfinden und euer Shisha-Erlebnis aufs nächste Level bringen. Und ansonsten, wenn ihr Probleme haben sollt, könnt ihr uns eigentlich immer ein DM schreiben. Instagram Marvin Dutine, directly Shisha Germany, einfach DM und dann helfen wir auch sehr gerne weiter. Oder unter dem Video als Kommentar, falls ihr das auf YouTube guckt. Genau. Und dann helfen wir euch da weiter. Yes. Dafür sind wir da. Dafür stehen wir mit unseren Namen. Shisha-Cast. Shisha-Cast. Freunde, kurz fürs dabei sein. Macht euch keinen Kopf, sondern macht euch lieber ein Köpfchen. Das hat schlimm angefangen, hat schlimm geendet. Perfectly balanced. Ja, auf jeden Fall. As all things should be. Jetzt kommt noch Englisch rein. In diesem Sinne. Marvel-Zitat. Das war ein Marvel-Zitat, Alter. So Thanos. Anyway. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Kuss, bis zuhören. Ciao, ciao.